Viel Spaß! Im Gameplay von... Wake the fuck up, Samurai! We have a city to burn! Was ist das für ein Ton? Ey, ich hab mein Ding erfüllt! Danach dachte ich mir, der Yannick, der durchschaut, dass der macht das jetzt einfach an! Und dann wär's perfekt gewesen! Nee, wär's nicht! Doch, Daniel, du hast es versaut! Die Pause war zu lang! Daniel hat's versaut! Die Pause war zu lang! Nein, überhaupt nicht! War voll lang! Der musste ja erstmal kurz überlegen, sein Gehirn so... Mein ich's ernst? Oh, der Sound ist auf der Box, nicht auf den Dings! Ach so, ja, ärgerlich! Ja, aber irgendwann... Irgendwann... Guck mal, den Leuten hat die Moderation gefallen, das sag ich dir! Ja, sag ich so! Den Leuten hat das gefallen! Ich schmeiß jetzt meine Moderationskarte weg! Boah! Alter! Durch die Gegend! Junge! Weil ich ein Rebell bin heute! Deswegen sieht das auch hier so aus wie Scheiße, weil du ja alles so durch die Gegend wirst! Naja, irgendwas muss ich ja machen! In Schuld! Für irgendwas wurde ich eingestellt! So! Und während wir das Spiel jetzt wieder starten, mach ich kurz mein Versprechen bei und zieh die Jacke um! Alter! Okay! Damit sie gelb ist! Oh ja! Und ich drehe mich dafür auch um! Warte mal kurz! Können wir erotische Musik... So sieht das von hinten aus! Oh, okay! Stell euch vor, Daniel ist mit euch in Paris in der Bahn und möchte gerne mit euch liebkosen unten rum! Moment! Jetzt muss ich mich ganz kurz hier mal umziehen! Aber jetzt hört's auf, erotisch zu sein! Ja, aber man kann sich auch nicht alles erotisch ausziehen! Und hier steht halt hinten nur Cyberpunk drauf! Cyberpunk! Guten Morgen! Ich stopp, ich skipp das mal kurz! Oh Gott! Aber ich mag die Stimme von ihm! Ja, auf jeden Fall würde ich sie in Gelb tragen! Hör auf die Stimme! Ich glaub, die musst du in Gelb tragen! Muss ich das jetzt machen? Ja, auf jeden Fall! Aber das passt halt nicht hierzu! Passt das zueinander? Strahlendes Gelb passt zu überhaupt nichts! Aber das ist ja das Ding! Ich hab ja keine bekommen, ne? Ja! Ja! Weil ich nicht, äh, weil ich ja, ähm... Guck mal, aber das hab ich, ich hab mir das verdient, weil ich bin den ganzen Tag rumgelaufen! Das stimmt, ja! Oder? Ja! Das hat man mir gegönnt! Wie krass er gelaufen ist! Wie krass ich gelaufen bin! Ich hab, glaub ich, ein bisschen viel Games, aber es könnte gleich leiser sein! Das stimmt, ich erinnere mich! Okay! Äh, ich geh mal fortfahren! Mal gucken, wo ihr wart das letzte Mal! Ja! Ich war ja nicht dabei beim letzten Mal, aber mir wurde ein bisschen was berichtet! Ich auch nicht! Oh! Ruth redet! Konnichiwa! Der Waal! Ach, das ist der Ladebildschirm! Ich war schon irritiert! Dann ist das überhaupt nicht wichtig, was sie erzählt! Das ist für Story wichtig! Fürs Worldbuilding! Das ist ne fette Machtdemonstration! Wie wohl Minitech darauf reagiert! Und das Schlüpfen war wichtig für... Worldbuilding! So! Dingo hat nur eine Mainquest noch gemacht, dann in der Welt rumgefahren, aber Keks kann das besser erklären! Oh, hat meinst du grad durch das Plexiglas gegriffen? Ne, da hinterher! Stimmt! Aber ich hab nur deine Schulter berührt! Plexiglas meinte ich natürlich! Ich mein, man muss das Amt doch respektieren! Die... Haben wir... Ohne Scheiß! Affengeil! Ihr seid die geilsten! Ihr seid mindestens so geil... Ihr seid so... So geil... Mindestens so geil wie Guides! Guides ist wirklich auch geil! Guides ist wirklich geil! Aber in dem Fall wäre Guides weniger geil! Wäre Guides sehr ungeil! Okay, also ich muss mal kurz mich orientieren! Ich hab von der Kirstie, die beim letzten Jahr mit dabei war... Die habt ihr mich dann mal kennengelernt! Wie... Wie... Wie fandet ihr das? Könnt ihr mal kurz jetzt mir Feedback geben? Jetzt sagen alle so... Brauch ich nicht! Wie... Wie fandet ihr Kirsten? Ich find Kirsten sehr sympathisch! Auch vor der Kamera! Hat sie sehr gut gemacht! Also ist sie doppelt sympathisch! Ja! Mindestens! Dingo hat, by the way, extra fast nicht geskillt, um euch das frei zu überlassen! Oh! Ja guck mal auf deine Skill Points! Geh mal auf den Charakter! Ja! Boah schon Level 6! Fast nicht geskillt! Wir haben nur noch einen frei! Was ist denn mit ihm? Pfff! 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 Worauf wolltest du eigentlich gehen? Also was war dein Gameplan? Äh... War das eine Frage, die ich dir nicht hätte stellen sollen? Also ich hab auf den Deckel gekriegt! Deswegen hab ich auf Konstitution geskillt! Ja! Mhm! Willst du mehr ballern oder willst du mehr in Nahkampf? Aber heimlich willst du gar nicht sein, ne? Das klappt eh nicht! Ja stimmt! Aber ich hätte halt alles heimlich gemacht! Du erinnerst dich an Deus Ex Human Revolution hier! Nee! Zu viele Drogen! Das, wie wir versucht haben, aber nicht geklappt! Ja! Das stimmt! Ja! In der Tat! Ich erinnere mich an diesen traurigen Tag! Allerdings... Guck mal die Leute finden Kirsten toll! Guck mal hervorragend! Die war nämlich beim letzten Mal mit dabei! Das wollte ich nämlich eigentlich gerade erzählen! Und hat heute morgen oben im Büro einen ganz kurzen Recap gegeben! Offensichtlich haben sie eine Mission erledigt und danach nur ein paar Sidequests! Um das hier so dem Mainplayer-Team zu überlassen, was in den Spielen auch so passiert! Und das Mainplayer-Team bist quasi du! Irgendwie bin ich da reingerutscht! Aber nun sitze ich hier! Fand das Keks-Dingo-Duo auch sehr angenehm! Ja! Kirsten ist auch sehr angenehm! War steinig und keksig! Tolle Kirsten! Kirsten braucht mehr Lifetime! Du möchtest mehr! Okay, wir haben auf Klingen zwei! Wir haben da zwei! Wir haben überall schon alle Waffen benutzt! Aber ich habe eh keine Dings-Punkte mehr! Aber du hast einen Vorteilspunkt! Was hast du denn an Vorteilspunkten in der Konstitution drin? Du hast... Öh, die maximale Ausbau um 10! Nee! Soll ich den falsch tragen? Nein! Was, warum? Nein! Nee! Das kann ich noch nicht, ne? Ich kann nur die blauen, oder? Ja, du kannst... Vernichtung! Let's go! Da hast du nix! Pump it louder! Hast du Schrotflinten und leichten Maschinengewehren? Schrotflinten? Verursacht 3% mehr Schaden finde ich gut! Warte mal da was! Was? Um 20% Nachladezeit? Achso, nee! Kampf um 5% wenn es Schrotflinte oder... Das kann ganz geil sein, wenn du halt eine Schrotflinte oder... Ja, let's go! Aber hast du? Was hast du für Waffen? Alles mögliche! Ja, aber... Geh mal zurück! Hier! Oh, wir sehen auch so dumm aus, ne? Ein Rohr? Ja, das ist ziemlich mächtig! Was haben die mit meinem Katana gemacht? Das Rohr ist mächtiger als das Katana! Das weiß doch jeder! Deswegen haben irgendwann auch die ganzen Samurais in Japan mit Rohren gekämpft! Ja, das ist doch hier ein Maschinengewehr oder nicht? Ein leichtes? Das ist ein Power Sturmgewehr! Das klingt nicht nach einem leichten Maschinengewehr! Das klingt nicht nach einem leichten Maschinengewehr! Geht... Wir haben noch keine... Oh, guck mal! Da ist ein Katana! Da ist ein Katana! Aber das ist schwächer! Wie kann das sein? Aber das Messer ist stärker! Ja! Wie geht das? Das Messer kannst du noch nicht tragen! Achso! Wo sind unsere Waffen? Da! Haben wir... Sortier mal nicht nach Standard! Sortier mal oben nach SPS vielleicht! Jetzt sind aber die schlechtesten oben! Mach mal SPS! Ach no! Ne, was ist denn jetzt oben? Ich glaube, so ist richtig! I don't know! 97 SPS! Was ist denn darunter für eine Zahl? 95! Ja, sind aber alle nicht geil dann, ne? Ne! Alles irgendwie Müll! Ich glaube, das Geilste ist echt dein Rohr! Das kann nicht sein! Mein Rohr am geilsten ist hier! Ich glaube, dein Rohr ist am geilsten! Gut! Dann gehen wir nochmal auf Werte! Was ist hier? Straßenschlägerei? Kann man da links... Ist das ein Rohr? Ich will nicht auf Rohr skillen! Wenn du... Solange du eine stumpfe Waffe... Ohne Scheiß! Ich will nicht auf Rohr skillen! Warum? Aber das Rohr ist mächtig! Okay! Aber das kann doch nicht ewig mächtig sein! Das Rohr... Man muss doch ein bisschen in die Zukunft hinaus skillen! Alle mächtigen Cyberpunk-Charaktere spielen mit Rohr! SPS ist die Standard-Sortierung! Gut! Dann... Aber dann skill doch mal... Erfolgreiche Angriffe mit stumpfen Waffen stellen! Das ist doch mächtig! Ich will nicht auf stumpfen... Ich habe ein Katana! Ja, aber das ist schlechter als dein Rohr! Ich sehe Bock mit dem Rohr! Sag ich wie es ist? Ich sehe... Ne! Dann geh doch... Leute! Was machen wir? Können wir hier etwas anderes Gutes machen? Forschung und Entwicklung? Kannst du vergessen! Reflekte? Was wurde hier? Volltreffer! Du schaust mit Gewehren und Maschinenpistolen beim Zielen! 10%! Das ist doch schon drin! Ne! Doch! Das ist schon gelb! Das ist schon gelb! Du hast ein Max-Level erreicht! Achso! Oh! Was hast du das? Hast du das? Eine halbe Stunde! Ganz ehrlich! Buki besiegen! Ach! Das ist doch so eine Box-Mission! Das Geschenk! Vielleicht das Geschenk einfach! Dann können wir uns da was abholen! Das klingt nach Geschenk! Was ist der Auftrag? Ne! Ist glaube ich nicht gut! T-Bug! Was ist besser spät als nie? Irgendwie bist du so wild gerade unterwegs! Besser spät als nie! Achso! Ich bin noch gar nicht orientiert! Wieso bist du so orientiert? Ja! Weil ich bin einfach adaptivfähiger! Flexibler! Okay! Sollen wir die nehmen? Nö! Mach mal das Geschenk! Ist die jetzt schon direkt aktiviert? Okay! Gehen wir mal hin! Kannst du gut Auto fahren? Ja klar! Ich habe einen Führerschein! Guck! Bin ich mal gespannt! Wie rufe ich nochmal das Auto? V-Gedrücktheiten! Bestätigen! Ja! Ich glaube das steht schon da! Ich glaube das ist genau das! Oh! Sah das immer schon so aus? Ich meine ja! Nee! Ist das cool? Das ist anders! Warum ist das plötzlich cool? Ja wie nice ist das denn? Boah! Wie das brummt! Willst du mal in Ego-Perspektive fahren? Nee! Warum nicht? Oh Gott! Du bist viel zu schnell! Überhaupt nicht! Ich fahre genau nach Geschwindigkeitslimit! Na links musst du! Fahre ich doch! Okay! Oh Gott! Da kommt dir jemand entgegen! Daniel der perfekte Beifahrer! Nach links musst du! Ja! Guck mal! Mit dir würde ich schon mal nicht mehr mitfahren! Ja das tut doch kein W! Wenn du so durch Jöllnbeck heizt! Du musst hier aussteigen übrigens! Hier ist auch noch mal eine Mission glaube ich! Weiß ich nicht! Wo würde ich jetzt hier jetzt parken? Als Bürger von Night City? Ich würde hier auf der Brücke glaube ich! Da auf der Brücke direkt? Ja! Ich glaube das wäre... So als perfekter Bürger von Night City vorbildlich würde ich jetzt hier aufparken! Ich glaube das ist günstig ja! Da wird sich keiner beschweren! Top! Top! Top parken! Gerne wieder! So aber hier war irgendwie was! Warte mal! Genau! Du musst dem gelben folgen! Dem gelben Stich! Schon klar! Aber ich glaube ich habe hier ein Ausfuhrzeichen gesehen! Sind wir hier in China Town? Scheint so! Scheint so! Oh! Da ist er! Da ist er! Oh wir werden gerade angerufen! Was macht die denn? Eieiei! Hör mal! Wir haben die letzte ehrliche Polizistin der Stadt gefunden! Sie heißt Anna Hamill und hat sich mit ihren Ermittlungen sehr viele Feinde gemacht! Wäre also besser wenn sie den Fall vergessen würde! Verstehst du? Okay! Ich weiß wie das klingt! Aber sonst noch ist es eh bloß wer anders! Ist das hier extra Zensur für einen Stream? Naja! Vielleicht findest du hier eine gute Lösung! Weiß ich nicht! Infos sind im Anhang! Vielleicht sollten wir weniger streamen! Ist das äh... Warte mal! Drück mal! Wir haben die Mission nach Garde bekommen als wir hier runtergelaufen sind! Ist die hier vor Ort? Kennst du diese Frau? Warte! Sprich doch mit ihr! Du hast ja Anspruch! Ist sie ein Bulle? Wir sind keine Bulle oder? Nee! Nö! Aber die Frau die ich suche ist einer! Diese verlogene Fotze! Entschuldigung! Wenn du Infos von mir willst, bezahlst du dafür! Ich mach's nicht für Umme! Klar? Ja gib ihr doch das gute Geld! Echt? Heute sind wir gespendet! Marci! Für'n guten Zweck! Sie hat ein Zimmer in dem Hotel da! Zweiter Stock! Nummer 303! Viel Vergnügen! Tududu! Tududu! Okay! Zimmer 303! Was hat er hier noch? Ich meine... Du warst wohl gerne rum, was? Was ist das für ein Symbol? Du solltest nicht hier sein! Oh oh! Oh Gott! Was ist denn mit dir los? Plötzlich jetzt! Hä? Du solltest nicht hier sein! Äh... Ich glaube er hat... Scann den mal! Vielleicht steht das denn da! Kopfgeld! Guck mal! Der hat Kopfgeld! Also... Könnten wir uns mit dem anlegen jetzt! Oh! Es wurde nochmal gespendet gerade für den guten Swag! Ausführungszeichen Charity! Und zwar... Namudi! Namudi! Weil Tiere einfach tierisch toll und knuffig sind! Oh! Dankeschön! Mega cool! Vielen vielen Dank! Mega cool! Guck mal wie die... Wie die... Wie gut die losgeht! Wie schön! Ja es ist richtig cool! Es ist wirklich schön! Das macht... Ohne Scheiß... Ich hab jetzt schon... Ich bin ein bisschen sentimental! Also... Sollen wir uns den schnappen hier? Ich könnte mal ein Rohr rausholen! Ja... Aber das macht ja... Ich glaube hier sind noch ein bisschen mehr von den Leuten! Dann musst du... Glaubst du? Also du kannst dein Rohr mal rausholen wenn du möchtest! Speichern mal vorher vielleicht! Ach das ist doch für Anfänger! Entweder... Äh... Machen oder nicht! Weißt du wir wollen... Ach Gott! Hier da hinten ist nochmal sowas... Aua! Okay... Das ist die Frage! Von... Von... Von welchem Clan ist er? Drück mal auf Z! Tiger Claw! Tiger Claw! Tiger Claw! Und der da hinten war nicht Tiger Claw ne? Drück mal Z! Tiger Claw! Tiger Claw! Hm... Ich glaube das sind drei oder vier Stück! Machbar! Der hat keinen Totenkopf über sich! Also ist der... Äh... Oh! Die haben voll viele Nachrichten! Was sagt ihr? Versuchen oder nicht? Kopfgeld! Ja... Wie viel... Wie viel Kopfgeld hat er? Wo steht das? 60! Komm ganz ehrlich! Das ist halt wirklich nicht viel! Drauf da! Go! Drauf da! Wenn ich jetzt mein Rohr ziehe, ist er dann direkt sauer? Also wenn du vor mir mein Rohr ziehen würdest, wäre ich erstmal ein bisschen... Irritiert! Wie du einfach wie so ein Clamp Niles da rumrennst! Ich arbeite hier! Ich arbeite hier! Okay, ich... Ich brate ihm jetzt eins über, ja? Ja, okay! Mach das! Wie er... Wie er komplett umkippt einfach! Du hast Stealth dafür bekommen! Ja! Ja! Guck mal, fasst ein Level ab! Jetzt steck nochmal die Waffe weg! Boah, ich hab die Controls vergessen! Weißt du noch? Doppel alt! Ach ja! Ach ja! Das ist was alles weiß! Ja, ich hab ein, zwei Folgen von dem Let's Play geschaut! Um mich auf das Spiel selber vorzubereiten! Das ist ja auch einfach keine unwünchtige Position! Wo willst du ihn jetzt hinnehmen? Zu dem anderen hin! Aber der lebt noch! Zu dem anderen! Leg ihm einfach Freude hin! Mach das! Okay! Los! Weißt du, das ist jetzt weniger auffällig! Das ist einfach... Ja! Das perfekte Verbrechen! Hahaha! Das sind einfach Schulkameraden! Okay! Gut! Guck mal! Was ist das? Eine Kette! Kann ich nicht nehmen! Schade! Also, was hat's gesagt? 203 war das Zimmer! Das ist leider weggelaufen! Wofür ist denn dieses Zimmer jetzt überhaupt? Ich sagte, hab ich das nicht so richtig durchschaut! Guck mal aufs Journal! Wir haben nämlich noch eine neue Quest bekommen! Geh mal auf... Genau! Auftrag! Eine Frage der Ehre! Der ist neu! Anna Hamill ist ein Cop durch und durch! Absolutes Vorzeigemodell, das man eigentlich nur in irgendwelchen Werbefilmchen sieht! Hübsch, klug und grundehrlich! Mit anderen Worten, nichts für Night City! Ihre NPCD-Kollegen sind da ganz anders drauf! Die leiden alle ein Rückenproblem, weil sie so schwer an ihren fetten, ergaunerten Geldbörsen zu tragen haben! Oh Gott, das ist viel! Herr Hamill ist aktuell der Fall! Die werten Herren von mir sind aufgescheuert! Sie schnüffelt auf den Markt! Okay, sie schnüffelt! Und... Die Kleine tut mir leid! Wir sollen sie davon abhalten, weiter zu schnüffeln! Und ihr sagen, hör mal auf mit dem Fall! Okay! Alles klar! Und wir sollen die konfrontieren! Und die ist in dem Hotel! Haben wir gerade von ihr hier rausgefunden! Von der freundlichen Dame! Sie findet uns sass! Wie findet sie uns? Sass! Sagt man das jetzt in deinem Alter? Ja! Oh! Soll ich nochmal dabben, ohne es zu beweisen? Bitte! Ja, was ich noch erwähnen möchte, was ich ganz gut finde, um 18 Uhr tauscht Dirk den Platz mit mir! Woher sind viele rote Punkte? Weil ich da noch was zu tun habe? Weil ich da noch was zu tun habe! Wirk exakt! Ja, wie kommen wir rein? Wir zahlen! Du hast einfach gerade... Was ist denn mit dir? Haben wir Stick oder was? Ich glaub wir haben's dick! Ja, wir kriegen ja jetzt hier 60 Kopfgeld, haben wir geklickt! Kannst du da rechts rein? Boah! Schon wieder! Leute, was ist denn mit euch los? Ihr seid einfach toll! Da muss ich ja nicht rein! Ich muss ja hier hoch! I-Tüpfelchen hat gespendet! 50 Eui! Oh, super, Alter! Vielen Dank! Wie sie auch nicht irgendwie erstmal so, ja, ein Zweier, ein Dreier, ein Vierier, sondern gleich 50 Eui reinhauen! Die gönnen rein! Die gönnen richtig rein! Wieso hat der Angst? Ihr Gönner! Wie gut ihr seid! Trauen wir uns da rein? Das war für dich! Oder muss ich noch weiter höher? Hey, was soll das? Geh doch mal rein! Das ist, glaub ich... Habe ich grad nicht ne Nachricht bekommen? Du bist viel zu wenig aufmerksam! Ja, es tut mir leid! Ich bin ein bisschen überfordert von allen noch gerade! Drück mal kurz Z! Oh ne, drück doch nicht! Geh mal aufs Journal! Geh mal auf... Wo? Ja genau! Geh mal hier drauf! Nee, geh mal nicht hier drauf! Geh mal weg da! Escape! Ich hab mich verlaufen! Escape! Escape! Ich bin aber im Journal! Ja, aber da will ich nicht hin! Escape! Haff mal über Journal! Und geh auf Nachrichten! Weil da haben wir grad eine bekommen! Ähm... Siehst du unten dein Motelzimmer? Wir haben jetzt nämlich ein eigenes Motelzimmer! Hm! 203! Das hatte ich nämlich jemals aus dem Augenblick, bevor ich hier das gesehen habe, gesehen! Wir können auch mal die anderen Nachrichten, ob da irgendwas Wichtiges dabei ist, vielleicht lesen! Okay! Wie auch immer das ist! Aber ich glaube... Genau! Diesen Roboter hatte Kirsten erzählt, wurde er abgeholt, ne? Das war dieses Ding! Mhm! Willst du jetzt alle anschauen, oder was? Kurz, ganz kurz! Kabuki... Zu den Gegnern... Okay, das ist wahrscheinlich auch noch für irgendeine Quest! Mit der haben wir eben telefoniert mit der Regina! Mhm! Das... Ist eine Sekte? Okay! Was heißt eigentlich... Was... Kapierst du das alles direkt? Ja! Ja! Hast du das denn schon gesehen? Nö! Ähm... Esse! Esse! Das ist die Main-Quest wahrscheinlich! Ja, wahrscheinlich! Ja! Ne, Regina, der Name stand da eben halt! Und... Genau, jetzt müssen wir... Weil du eben vor dem Zimmer standest! Ich glaube, also vielleicht, wo du reingehen konntest... Vielleicht war das unser Zimmer! Übrigens, cool! Danke für eine Follow, ein wildes... Dankeschön! Nutzend 10! Klammer, oder? Okay, die Türen sind hier verschlossen! Oh... Oh, technische Fähigkeit benutzen? Technische Fähigkeit brauche ich! Aber habe ich nicht! Aber es muss ja einen anderen Weg noch geben! Weil ganz ehrlich, wenn die dich jetzt aus diesem Quest-Vortritt aussperren, das würde nicht... Das wäre kein Cyberpunk, das wäre kein RPG! Wo können wir denn noch? Unten in die Tür konntest du rein? Hier konnt' ich rein! Aber unten auf dem Erdgeschoss hast du auch noch eine Möglichkeit, ne? Das hängt bei mir auch zu Hause an der Wand! Ist das unser Zimmer? Na, das haben wir doch eben gemietet! Oh! Willst du mal nicht in dem Zimmer zuerst auf den Wandschrank draufsteigen? Das ist das, was ich mache! Das ist das, was ich mache! Deine Katzen, du hast einfach die Eigenschaften angenommen! Erstmal, if it fits! I sitz! In der Mülleimer! Erstmal ein bisschen Kram klauen! Beschädigte Kleidung! Erstmal mitnehmen! Also, das haben wir jetzt frisch angemietet? Ja, scheint so! Das war für die Kohle unten, die wir bezahlt haben, oder was? Ja, exakt! Warum hat denn hier keiner aufgeräumt? 151 Eddies für den Schmutz da! Das kannst du doch nicht vermieten, so! Ne, kannst du auch nicht! Die Garnelen? Was für Garnelen? Was für Garnelen? Wo denn? Sollen wir die hören? Weiß ich nicht! Scheiß Nomade! Sollen wir den PC reinschauen? Ja, mach doch mal! 3 Sekunden, ich gucke nochmal kurz! Balkon, vielleicht können wir hochklettern, weißt du? Vielleicht können wir hochklettern! Vielleicht ist das ne gute Idee! Aber lass doch den Raum noch clearn! Mit dem PC oder was? Weil sonst alles clear, so wie es aussieht! Du konntest ja irgendwas benutzen, ne? Den da! Verbinden! Reinstecken! Oh, weißt du wie das geht? Ich muss die Symbole finden, für das was ich machen will, ne? Läuft jetzt schon die Zeit, ne? Ne! 1C55, du musst irgendwie gucken, dass du... Ich weiß gar nicht, ob du alle erwischen musst? Ist egal was ich nehme oder fang ich einfach mal... Na ja, wenn du... Also ich würd anfangen mit... Weiß ich nicht... Aber du musst ja immer... ...die Reihen von links nach rechts erledigen... Vielleicht musst du jetzt was finden, wo du 1C55 und E9 hast... ...und danach mit BD, E9 und 1C... Ich bin mir nicht ganz sicher... Wir werden's sehen! Auf'm Anfang! Fehler geschlagen! Ja, vielleicht machst du das mit 1C... Vielleicht machst du... Und jetzt... Ja, aber nicht viel Geld... Ist das dieses Sudoku, von dem wir mal reden? Ja, ist so ähnlich! Okay, jetzt haben wir mal eine PC... Kann man nicht dran, ne? Ne... Sah nur so aus... Im Erdgeschoss konntest du noch, wie gesagt? Oder willst du erstmal jetzt hier versuchen... Ich versuch erstmal hier hochzuklettern... Okay... Äh, da... Oh! Marcelus... Wallace! Da vielleicht nicht? Ja... Soll doch besser funktionieren, als ich dachte... Da ist auch unser... ...unser Quest-Gegenstand... Quest-Mensch... Quest-Mensch... Und der Mensch ist Mensch! Halt! Oh! Keinen Scheißschritt mehr! Okay... Der steckt hinter dem Job! Ich brauch nen Namen! Ist die Frage... Äh, ich will dich warnen! Anna, vergiss diese Ermittlung! Glaub mir! Ist gesünder! Ist das ne Drohung? Nein! Du bist es schließlich, der ne Knarre auf den Kopf gerichtet hat! Ganz ruhig! Ruhig! Ich will dir helfen! Helfen? Ist dein Stimmenimplantat im Arsch? Das heißt einschüchtern! Vergiss die ganze Sache einfach! Vergiss sie doch bitte! Du legst dich wirklich mit den Falschen an! Aha! Mit wem genau? Wer sind die? Deine Kollegen! Wollen dich loswählen! Von Ragnar! Ja! Ich wusste es! Robert Kowalski und Bill Adams! Klassik! Mhm! Natürlich heißt er Kowalski und Adams! Huren Söhne! Ja! Scheiß drauf! Das ist es nicht wert! Ja! Okay! Ich lass mich nicht von so nen Wichsern umbringen! Ich scheiß auf die! Den Job! Und diese Stadt! Was machst du jetzt oder danke? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Und? Was machst du jetzt Anna? Ich scheiß auf die! Sind wir neuerdings befreundet? Kann dir doch egal sein! Krieg ich ein München mehr Game Sound bitte? Ich lass die Ermittlung sein! Punkt! Und du! Verpiss dich! Söldner! Ich find sie halt auch einfach nicht sympathisch ne? Ne! Das war's dann für heute denke ich! Kann ich sie trotzdem ausrauben? Bei ihr ist aufgeräumt auf jeden Fall! Ja! Sie wohnt da jetzt auch gerade ne? Aber sie spielt irgendwie gegen sich selber ein Brettspiel! Die arme Frau! Willst du ja erstmal ein bisschen Energy Drink klauen? Macht das Probleme wenn ich das nehme? Schwapp Schwapp! Klaue hier nicht den Schwapp Schwapp! Weißt du? Ich lasse keinen Schwapp Schwapp mehr hier rumstehen im Studio! Okay! Das war doch ganz okay jetzt! Ja! Aber im Erdgeschoss will ich immer noch die Tür eröffnen gerne! Da bin ich neugierig nämlich! Im Erdgeschoss? Ja! War aber ganz schön teuer sich jetzt die Zimmer anzumieten! Das hätte man bestimmt auch... Hätten wir die Technikfähigkeit ne? Hätten wir uns unten reinhecken können und hier oben auch! Ja wahrscheinlich! Aber wir sind technisch nicht so ganz weit oben! An welchen Tür willst du? Du konntest eben durch die Links ja! Oh guck mal! Hier reicht die technische Fähigkeit denn jetzt! Wo sind wir hier? Ah! Hier kann ich wahrscheinlich auch die Türen öffnen oder sowas! Guck mal! Da waren richtig Moneten drin! So klappt's! Rausschalten! Und jetzt Türen! Wo steht? Überwachungssystem nur! Dateien! Gästeliste! Ah! Guck mal! Da hätten wir gucken können was ihr Zimmer ist wahrscheinlich! Smort! Ich will mal richtig nerven! Okay, viel bla! Wer schreibt denn so Mails? Ich schreib die immer! Ich schreib die immer! Aber irgendwie schreiben unsere Kontakte da nicht zurück! Versteh das nicht! Warte! Da war da wieder so ein... Da konntest du noch irgendwas machen! Da konntest du das mitnehmen und da war wieder so ein Display in der Wand! Ja! Ach die! Da seh ich immer! Wie oben! Ich hab das Rätsel glaube ich nicht hundertprozentig durchschaut! Kannst du mir das nochmal sagen gerade! Ich würde das gerne für dich tun! Aber ich glaube du musst! Du hast doch da links! Siehst du 1C, 55, 55! 1C, 55, 55! Siehst du ne Linie in der 1C und 2 55er sind? Die in der Mitte! Ja! In der Mitte die! Ja! Du bist nicht in der Mitte! In der Mitte! Genau! 1C und 2 55? Wo? Ja ich denke du guckst doch von oben nach unten quasi! Du hast die 55! Achso! Ah! Von oben nach unten! Achso! Genau! Du hast 2x 55! Ja verstehe! Und wenn du jetzt auf die drauf drückst! Hast du das! So jetzt brauchst du E9! Wo ist denn E9? Und... Ja mach doch mal so! Die ganz unten! Vielleicht! Und jetzt machst du... Ich verstehe noch nicht ganz! Aber jetzt machst du... Das vielleicht! Ja? Ah ok! Jetzt habe ich es verstanden! Ich habe es noch nicht ganz verstanden Leute! Aber wir haben jetzt ein bisschen mehr Geld bekommen! Haben wir das einfach jetzt geklaut das Geld? Ja logisch! Von Igna am Kichenmaus! Ist hier noch was? Weiß ich nicht! Vielleicht Wäsche? Technische Fähigkeiten benutzen? Das sollten wir skillen! Ja wobei... Es gibt ja immer andere Möglichkeiten! Was ist denn mit ihm eigentlich los? Ich würde gerne mal ein Rohr auspacken und ihm zeigen was hier los ist! Vertikal Master! Ja ganz genau! Vertikal! Guck mal das ist wieder so ein Tiger-Typ! Ja! Du auch? Okay! Dann äh... Gucken wir mal kurz auf unsere... Ja warte! Du musst das Gebiet verlassen! Steht auch noch rechts! Der Auftrag ist noch nicht vorbei! Jetzt ist der Auftrag vorbei! Ist noch vorbei! Das war noch das schwierigste Teil! Okay! Dann äh... Hatten wir doch... Schau mal auf J! Wir hatten noch was anderes verfolgt ne? Als wir eben hier... Oh! Gehen wir mal wieder Escape! Da hatte ich gerade wieder angerufen! Du bist echt überzeugend hm? Das freut mich sehr! Die Regina! Auftrag erledigt! Achso! Das war noch kurz der! Guck mal! 3-7! Und Streetcret auf 6! Streetcret! Geil! So! Welche Mission haben wir jetzt? Sie hatten doch Beat on the Bread machen wollen ne? Eigentlich wollten wir das Geschenk machen! Ach oder Geschenk! Ja genau! Und das war doch dann hier um die Ecke! Weil so ein Geschenk sagt man nicht nein ne? Ne! Vor allem jetzt um Weihnachten rum! Apropos Geschenk! Ich habe schon mal ein wichtiges Geschenk bekommen! Ähm... Das Ding ist... Von einer Sonja... Aber ich weiß von... Mehreren Sonjas aus der Community... Wenn ich mich nicht irre! Ja aber ganz ehrlich das Tolle am Wichteln ist doch nicht zu wissen von wem es kommt! Aber ich würde mich ja gerne persönlich bedanken wollen! Du kannst dich doch jetzt hier on stream bedanken! Und wenn... Ich habe mich schon auf Discord auf jeden Fall auch bedankt! Wenn Sonja gerade da ist, vielen vielen Dank! Aber die Nicknames, das ist ganz wichtig dir dazu zu schreiben! Wahrscheinlich ist gerade nur Sonnein im Chat! Und nicht Sonja! Schätze ich! Ich muss mich outen und gestehen, dass ich mein Geschenk noch nicht losgeschickt habe! Ich auch noch nicht! Weil hier einfach auch ziemlich stressig ist! Sag ich wie es ist! Okay, äh... Was kann ich hier einkaufen? T-Buck hat gesagt, komm ich will überhaupt nicht shoppen! T-Buck schickt mich! Du sollst was für mich haben! Du bist wie, oder? Ja! Sie wollte, dass ich dir einen Demon gebe! Sollte auf der dritten Generation laufen! Ich nehme immer gern einen Demon eigentlich! Ich nehme immer gern einen Demon! Wenn du willst, kannst du ihn gleich testen! Habe einen Zugangspunkt! Vielleicht kommst du so an Software oder ein paar Subroutinen! Lohnt sich sicher! Oh, okay! Äh, jetzt soll ich... Ist das der Questgegenstand? Ich glaube, weil da ist ein Ausrufezeichen dran! Guck mal, den hast du jetzt schneller gesehen als ich! Willst du dir noch ein bisschen mehr gönnen? Bist du am Hacken unterwegs gewesen? Zuletzt weniger! Na gut, dann lassen wir das! Erst mal weg! Ähm... Irgendwas Cooles im Angebot! Klar, wenn du Kohle hast! Wahrscheinlich öffnest du grad wieder das Handelsfest einfach hier! Ja, aber ich konnte nichts anderes machen! Du kannst Junk verkaufen! Drück mal J! Jo! Oh, wir haben richtig Junk dabei gehabt! Goldgätte, Feuerzeug, LED-Dioden! Sehr gut! Achso, LED! Ja! Ja, gut! LED! Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Was soll ich machen? Es versendet sich! Warum hat er... Du solltest einfach da rausgehen! Ja, ich weiß aber, warum hat er den angemacht? Den Scan-Mode? Mach den Scan-Mode doch aus einfach! Aber normal doch mit Tap! Ja! Geht nicht! Oh! Ist das jetzt, weil wir das tragen? Ist das immer so? Ist das ein sogenannter... Rüste den Pink-Quickhack aus deinem Inventar aus! Ich glaube, du musst ganz kurz... Mach den Inventar auf! Wo versteckt sich das denn wohl? Wähle den Cyber-Deck-Salt in deinem Inventar aus! Cyber-Deck! Achso, warte! Unten rechts! Jetzt musst du den... Ja! Jetzt Escape! Und jetzt musst du... Was musst du machen? Lade den Ping-Demon in die Kamera hoch, um den Zugangspunkt zu finden! Äh, Ping-Demon... Und jetzt? Verbinde dich mit dem Ding! Oh nee, jetzt kommt das wieder! Hacke diesen! Okay, 1C und 55, das ist... Hier ist 1C... Ja, warte, aber du musst auf 1C drücken! Geh mal rechts! Geh mal rechts! Genau, 1C! Aber da ist kein 55 in der Reihe! Ja, du musst dann... Pass auf! Aber in der oder was? Ja, genau! Okay! Und jetzt kann... Oh! Ja, eben! Ja, warum machst du denn auch sowas? Ganz ehrlich, das ist doch schlecht! Du hast mich fehlgeleitet! Ich hab noch gesagt, hier muss ich hinklicken! Da unten hin! Nee! Hätte ich klicken müssen! Ja, und jetzt? Das ist doch wohl die einfachste Dings, die wir hier... Ja, aber du bist unfähig! Ich hätte das anders gemacht! Oh, guck mal, du kannst es... Oh! Du kannst noch! Ah! 1C! Unten 1C! Und jetzt auf die 55! Guck mal! Easy! Haha! Ja, easy! Okay! Ich bin schon abgeschlossen schon! Gut! Ja, guck mal, das war doch einfach! Hm... Was noch? Oder wollen wir einfach mal Hauptmission machen? Aber der Scan-Modus geht trotzdem nicht mehr aus! Ja, vielleicht speicherst du kurz und lädst nochmal! Spell speichern! Neuer Spellstump! Soll ich richtig manuell laden? Ja, vielleicht! Guck mal, wie die mir... Ah, die Linse geschaut hat! Der Coop! Der Coop! Der Coop! Aber ich meine, ich hatte das auch mal! Aber ich meine, ich hatte das auch mal! Dass ich... Sorry! Zu spät gelesen durch, Walu! In dem einen Let's Play, was ich geschaut habe, hatte der das auch mal! Und der hat dann einfach geladen! Und dann war es weg! Ja, jetzt habe ich tatsächlich Feststell-Taste! Aber Tap geht normalerweise auch! Da muss ich nur gedrückt halten und das ging nicht! Ah ja, okay! Ich kann ihn hier mit Feststell-Taste für immer aktivieren! Ein, aus! Und da kann ich ihn mit Tap nicht wegmachen, sondern da muss Feststell-Taste wieder! Und hier ist dann nur so Push-to-Talk quasi! Push-to-Scan! Push-to-Scan! Okay! Nächste Mission! Machen wir noch eine Neben-Quest und dann machen wir mit der Main-Quest weiter! Dann machen wir Beat on the Bread! Ja? Das spricht dich an? Würde ich sagen, ja! Okay! Wenn du was sagst! Wie weit ist denn das weg? Steht das irgendwo? Weiß ich nicht, guck mal! Ja, da! Ich konnte mir die Namen von bestimmten Tasten nie merken! Daher hat sich bei mir und in meinem Umfeld Neunamensgebung dafür eingebürgert! Für Tasten? Boah, ich hab voll gerade hier engelüllert! Sorry! Deswegen, äh... Für Tasten! Ich hab aber zum Glück vor die Tastatur gelüllert! Ich mach das eben zu Fuß! Ja, aber das ist wahrscheinlich schon echt weit, ne? Es sah gar nicht so weit aus auf der Karte! Glaubst du es weit? Dann sieht man auch mal ein bisschen was von der Stadt, weil das hab ich nämlich noch gar nicht! Oh oh! Verbrechensmeldung! Jede illegale Aktivität wie Diebstähle oder das Angreifen von Zivilisten führt dazu, dass das NPC die... äh... ein Kopfgeld auf dich aussetzt! Auf mich? Die Polizei wird eine Patrouille zum Tatort entsenden, wobei ihre Reaktion proportional zum Kopfgeld ausfällt! Entferne dich vom Tatort und verhalte dich für eine Weile unauffällig um die Polizei abzuschütteln! Was hast du gemacht? Ich hab überhaupt nichts gemacht! Ich glaub, du hast ihn angerempelt! Du Dreckstück! Du Dreckstück! Hä? Ich bin ein bisschen verwirrt gerade! Ich weiß nicht, was los ist! Hat da hier Dingo eine schlimme, oh, schlimme Tat gemacht oder was? Ich glaub, du hast gerade wen umgerempelt! Aber das ist doch keine schlimme Tat! Unauffällig ist... also das schnelle Weglaufen ist unbedingt unauffällig! Ich wurde schon mal angeschossen, weil ich ihn umgesammelt hab! Ehrlich? Ja! Ja, aber doch nicht von Gesetzeslütern! Doch! Davon ist es in Narbe! Oh, da ist dann auch jemand mit Waffen in diesem Vorgarten? Okay, ich glaub, hier bin ich jetzt safe! Das tut weh! Nee, komm! Bist du oben auf der Karte? Ich glaub, hier ist gut! Ja! Dann geh noch mal weiter zum Kampf in Kapduki, oder? Oh, nee! Das ist nicht gut! Da ist roter Punkt! Ah! Ja, geh noch mal da hoch! Kann ich hier? Ja! Der ist agil! So, hier ist alles gut! Gott Vater! Guck mal, du musst rechts, komm mal da oben! Rechts! Alter! Ja, sieht schon ganz geil aus, aber da oben ist dein Ziel, dein Questziel! Ah! Siehst du irgendwo Cops? Nee, ne? Nee! Du hast Cops gesagt, ne? Ja! Okay! Bist du verstanden? Ist zeuglich! Ja! 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 Schauen Sie mir gerade so in den Schritt! Ganz schön viele Poti-Knöpfe für drei Tonabnehmer! Das könnte dann Tone sein, Volume, Tone, Volume, Ton, Volume! Wahrscheinlich so aufgeteilt! Da kommt der Gitarren-Experte! Wollen wir die nächsten Schachbretter auch genauso angucken? So, Jungs! Ich bin zum Kämpfen hier! Wer von euch ist mein Gegner? Ich! Oh! Zwei gegen einen? Bisschen unfair, aber okay! Wer von euch ist zuerst dran? Nee! Du raffst es nicht! Der Körper da und dieser sind dieselbe Person! Also... ... sich doppelt, oder was? Ich war mein Zwilling! Sieht man ja! Die Zwillinge standen sich sehr nah, aber sie wollten sich noch näher! und stärker sein! Also haben sie neurale Oszillations-Syncs installiert! Und jetzt sind sie... Naja... Ich! Eine Person! Zwei Körper! Gucken wie sie nach vorne und hinten in die Hand halten! Meine Körper machen alles zusammen! Mhm! Alles! Ihr macht wirklich alles zusammen? Kannst du das fragen? Nee, kannst du nicht! Das hätte mich jetzt interessiert! Warum hast du nicht Coolness geskillt? Ja, weiß ich nicht! Warum bist du nicht cool genug? Erhöhen wir? Ja, ich weiß nicht, wie krass du bist! Ich weiß nicht, wie krass die sind! Wir sind ja zu zweit, ne? Ich bin mittelkrass! Ja, dann wirst du das Maul kriegen! Glaubst du? Ich glaube schon! Ich glaube nicht! Das ist eine Anfangs-D-Mission! Komm! Weiß nicht! Ja, okay! Chat! Chat! Guten Tag, Alltagsabenteuer! Also! Schön hier mit 2000 Eddies rein ins Game! Können wir ganz kurz eine Vorhersage starten vielleicht? Oh ja! Eine Vorhersage! Das ist eine sehr gute Idee, Daniel! Ich weiß! Danke! Dafür bin ich hier! Eine Vorhersage bitte, Yannick! Kriecht Marcy von den Zwillingen aufs Maul oder poliert er zwei Fressen auf einmal? Zwei Glatzen mit einer Klappe! Gibt er den beiden Glatzen auf die Mütze? Ist das gut, Leute? Ja! Gut! Okay! Alle denken sich so, boah, ich könnte an selben Platz auch sitzen! Das finde ich auch! Aber Kirstie sagt auch auf alles oder nichts! Das finde ich nämlich auch! Marodes Gebelk sagt, die sind schlapp! Ach! Äh, ich werd mal meinen Ruf gerecht und glaub an dich! Mhm! Ne, ne! Ja, aber dann kannst du ja schon mal... Also, wir können auf die Vorhersage... Es kommt noch gar keine Vorhersage eigentlich! Ich glaub, sie ist gerade in der Mache! Ah! Da warten wir ganz kurz noch! Dann müssen wir ganz kurz warten! Marcy, über was unterhalten wir uns währenddessen? Äh, welchen findest du schöner? Ja! Ja, sie unterscheiden sich ja in ihrem Kleidungsstil! Auf dem ersten Blick sah es aus, als wäre das hier seine... Als hätte er eine Glatze und da so Haare, ne? Als hätte er so einen... Mönchschnitt! Halbköpfigen Mönchschnitt! Ah! Was sie erzählen wollte! Woran du mich erinnern solltest, was du nicht getan hast! Da ist die Vorhersage, hat begonnen! Ich bin, ähm, kurz vor Ende der ersten Staffel, äh, Legenden von Arn! Oh! Ja! Ähm, wie gefällst du? Ich find's, äh, ich find's überraschend gut! Luke Fair, moin! Oh, super, der Punkt! Ja? Ich erzähl gleich, wenn ich den auf die Mütze gegeben hab! Okay! Also, die Vorhersage läuft, Leute! Marcy verkloppt die! Marcy kriegt's aufs Maul! Ihr könnt sagen, ich muss gegen beide zeitgleich kämpfen, wenn man neu dazugekommen ist wie Luke Fair gerade! Okay! Na gut! Aber wir erhöhen den Einsatz! Bring fair! Für mich gar kein Problem! Also! Können wir anfangen? Können wir anfangen? Können wir anfangen? Zeig mir, was ihr drauf habt! Oh Gott, du wirst du aufs Maul kriegen, Marcy! Oh, da die Kombination! Und Marcy zieht sich zurück, denn er hat Angst vor dem... großen Schlag des einen Zwillings! Wir wissen gar nicht, wie sie heißen! Professionell blockiert? Alter Schwede! Fuck! Deine Köpfe sind besser als einer! Ja, das war's! Nee, noch nicht, oder? Scheiße! Kriegst jederzeit ne Revanche! Wenn du dich traust! Hast ne Idee, wie knapp es war? Ich hab schon ein, zwei Treffer gelandet, ne? Ja, aber ich glaub, du hast keine Chance! Willst du mal für 500 probieren? Aber eigentlich war das jetzt schon! Wir hätten eigentlich warten sollen, bis die Vorhersage... ...ausgelaufen ist! Und wenn noch einer auftaucht, mach ich auch drei von euch fertig! Das ist ne ziemlich große Klappe! Mal sehen, ob dir das weiterhilft, wenn die Fäuste fliegen! Wenn die Fäuste fliegen! Also, können wir anfangen? Zeig mir, was ihr drauf habt! Oh! Marci kriegt aufs Maul! Das ist das Ergebnis der Vorhersage! Oh! 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 Das war ein krasser Treffer. Ich glaube, der hat noch ziemlich viele Lebenspunkte. Guck mal, der hat jetzt ein Drittel verloren. Jetzt hat er mal einen Schlag eingesteckt, mal einen Turboschlag. Ich weiß nicht, ob das Turboschlag heißt, aber der Begriff ist süß. Nee, die sind echt gut, Alter. Kriegst jederzeit eine Revanche? Nee, ich will nicht mehr. Okay, den müssen wir ja nicht machen. Wir können ja zur Hauptquest gehen, Marci. Vergesst es. Ihr zwei habt echt ein Problem. Nicht ihr zwei, nur ich. Und wo bleibt dein Sportsgeist? Komm wieder, wenn du genug Mumm hast. Ich warte. Mann. Auf dem Weg zur Hauptquest kannst du ja kurz erzählen, wir sollen nicht spoilern, weil Namudi auch gerade schaut. Aber das wurmt mich jetzt gerade ein bisschen, ganz ehrlich. Ja, aber... Ich habe richtig viel Kohle jetzt verloren. 2.500 Eddies. Weißt du, wer dich gewarnt hat? Ja, ich weiß es ja richtig, aber ich dachte mir so, die Boxkämpfe in The Witcher waren richtig leicht. Aber da waren es zwei. Hier gerade. Also Mainquest, ja. Ja. Ich bin jetzt frustriert, ganz ehrlich. Das tut mir ein bisschen leid jetzt auch. Oh, vielleicht packen wir die mal besser weg. Doppel alt, ne? Pixelfüchsen. Vier Fäuste besser als zwei. Richtiges Genie, der Typ. Ach, moin, Pixelfüchsen. Richtiger Genie. Wir haben es aber auch auf schwer. Das ist ein guter Punkt. Ja, wir haben es auf schwer, aber trotzdem. Ich glaube, The Witcher haben wir auch auf schwer gespielt. Das weiß ich nicht. Das ist mir nicht bewusst. Hello, du eine. Warte, sollen wir die Karre klauen? Mach mal. Die ist schon geiler. Nein, aber du kannst nicht einfach Kontrolle übernehmen. Es ist kein GTA, Mann. Klar. Warum? Ja, genau. Warum, Marci? Kannst du nicht? Ja, genau das hätte ich mich auch gefragt. Ich fahre in die falsche Richtung. Können wir da irgendwie einen Clip erstellen? Warum? Wo man dieses, 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 dieses Sesamstraßen-Into hat und dann wieso, weshalb, warum? Ja, genau. Das wäre sehr gut. Das fände ich ein bisschen lustig. Oh, da kommt ein Raid rein. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Sehr, sehr cool. Ich finde so ein Van viel geiler als so ein, so ein, so ein, so ein Rennwagen. Hallöchen Kreuzgott. Ja, leidest du, hast du nicht ganz bekommen. Also Bremsgeräusche oder Spuren gibt es auch überhaupt nicht. Ja, du hast doch nicht wirklich gebremst. Ich habe volle Kanne gebremst. Also zumindest, ich habe nach hinten gedrückt. Ich weiß nicht, ob das... Ah, das ist die Bremse. Wo ist die Bremse? Leertaste. Ah. Aber wenn ich nach hinten drücke, pass auf, guck mal, die rote Lampe leuchtet. Aber er bremst nicht. Und wenn ich gerade ausfahre, um Leertaste drücke, dann bremst er richtig. Ja, Fahrschule mit Marsi. Kam der Raid an. Der Raid kam an. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dankeschön für den Raid. Hast du dich schon bedankt für den Raid? Ich habe mich für den Raid, würde ich sagen, bedankt. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal für den Raid, Leute. Oh, die sind nicht ein bisschen blitzschig, die Kamen. Oh je. Warte, ich muss mir durchschlingeln. Schlingel dich mal. So, es ist rot, aber du, rot heißt tot. Ja, und dann bist du gefahren, oder was? Ist das deine Weisheit und dann fährst du einfach? Ist das dein Plan? Bei rot sollst du gehen, bei grün darfst du gehen. Das macht auch keinen Sinn. Was habe ich gesagt? Bei rot darfst du gehen, bei grün sollst du gehen. Ach so, überstehen, wollte ich sagen. Ja. Ich würde aussteigen. Kannst aussteigen. Gut, der Parkplatz an der Stelle. Ja, ja, das habe ich drauf. Schon. Warum? Warum? Wieso, weshalb? Kann ich drüber lachen. Habe ich so lange gemacht. Schnee mal lachen? Was? Hä? Kann ich drüber lachen, habe ich gesagt. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, mein Gehirn macht heute nicht das, was es soll. Ich habe den ganzen Tag schon das Gefühl, ich bin nicht auf der Höhe. Ehrlich jetzt nicht. Ja. Was ist das, wenn manchmal, du funktionierst nicht? Ja, das Ding ist... Ja, da mente quiero. Ah, Jackie. Guten Tag. Ja, ja. Ich mag ihn, ich mag seine Stimme. Hier geht's Mama Welles. Willis. Was gibt's Neues bei Senora Welles? Oder Welles. Ach. Senora Welles. Mach sie ständig Sorgen um mich. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte. Krieg ich ein bisschen mehr Game-Stounds? Mühchen. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Oh nein. Was ist los, Mann? Ach so. Das sind so zwei Straßenkitz-Plats, die versuchen irgendwie bei den Großen mitzuspielen. Aber ich mag ihn. Ah, guck mal. Der Riddler. Der ist auch cool. Gleich sprechen wir übrigens kurz über Legenden von Ahn. Dann teile ich meine Gedanken. Ja, mach das bitte. Ich mag seine Frisur. Ich bin weh. Wir werden direkt da mit rein, oder? Ja, von mir aus. Sollen wir uns einen Namen machen? Ja, mach mal. Vielleicht werden wir ja erwartet. Ich bin weh. Das ist Jackie Wells. Okay. Sollte da was klingen? Wird es bald. Treffen uns hier mit Dex. Yo, Dex. Wir sind zwei, die meinen, du willst mit ihm reden. Ja? Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde. Wollt euch ein paar Drinks hoch. Wollt euch mal ein Rohr rausholen, oder lieber nicht? Gleich im Meeting ist das, glaube ich, was wert. Das ist es. Bester Urlaub. Bester Urlaub. Oh, was machen wir denn da? Ich weiß noch nicht, ob ich, also... Demonstration, obendrein 40. Nice, wie lassen sie es gut gehen? Ja, die gönnen sich. Nicht sehr nett, oder? Weniger Gesicht, aber mehr Maschine. Der ist hier ein bisschen... Das... 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 Das absteigert aber die beste Mucke. Ist das jetzt später so ein Mission-Hotspot? Mission-Hub, oder was? Kann sein, weiß ich nicht. Ich dachte, Dex wäre der Beste. Broke hat schon Jobs besorgt, als Dex noch in die Windeln geschissen hat. Der Laden gehört dir. Oh, guten Tag. Bestell für mich Mitch, komm. Bestell du. Bei Oldschool Tequilas mit dem Spritzer Cerveza und Chili-Schotten. Bäh. Klingt ganz geil. Freizeit mit Silverhands. Kommen Sie fort. Silverhands. Ah! Ein... Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Das ist kein Callback, das ist ein... Meiner hat wohl der Hund gefressen. Call nach vorne. Hat hier Tradition. Drinks sind nach Stammgästen benannt. Der ist hier Stammgast gewesen. Wie lange gibt's das Afterlife schon? Ein halbes Jahrhundert? Länger. Ich weiß aber nicht, wie viel länger. Muss der älteste Club in Night City sein. Und der am meisten Respektierte. Vergiss das nicht. Die Straßenkitz-Klaps. Äh, nee, keine Sorge. Ich mach keine Spoiler, wenn ich meine Gedanken preisgebe. Okay. Was muss ich tun, damit ein Drink nach mir benannt wird? Draufgehen. Und zwar mit nem richtigen Knall. Am besten bei nem Job. Was für eine schöne Tradition. Ja. Ziemlich hoher Preis. Äh, auf Night City. Äh... Ich würd auf den Job trinken. Ja? Also nicht aufs Stinkreichwerden. Auf den Job unseres Lebens? Ja. Auf die Söldner Oberliga. Was? Haha! Darauf trink ich gern. Bäh. Wer hatte diese Ehre noch? Oh, sind wir betrunken? Bisschen, ne? Bisschen. Der knallt rein. Äh, ziemlich hoher Preis. Ziemlich hoher Preis für nen Drink. Hey. Jeder muss irgendwann sterben. Wieso nicht mit Stil? Ach ja, übrigens. Ich bin Jackie Wells. Willst du schon mal mein Rezept aufschreiben? Jetzt kommt's. Klar. Milch. Ein Schott Wodka auf Eis. Limettensaft. Gingerbier. Oh, und das Wichtigste. Ein Schuss Liebe. Ihre Stimme ist ruhig, ähm, ein bisschen. Nur geschäftlich. Nichts Großes. Ist Dex Stammkunde? Kommt er oft her? Er war ne ganze Weile weg. Hat sich hier volle zwei Jahre nicht blicken lassen. Ein Kater geht eben seinen eigenen. Jackie. Tja, wo immer er war. Er kam ein paar Pfund leichter wieder. Vielleicht gab's dort doch keinen Pizza. Oh, oh. Wollen wir noch Fluff holen? Ja, mach mal. Woher weißt du das? Das gehört zu meinem Job. Seht euch um. Was glaubt ihr, wie Söldner sich ihren Ruf verdienen? Kratschende Waschweiber. Alle samt. Hals und Beinbruch. Danke. Boah, Namu, die wie du einfach Heroes zitierst. Ich bin sehr großer Heroes-Fan. Ich dachte, ich sag's kurz. Hier ist das Rote. Ist da ein Feind irgendwo im Raum hinten? Machst du auch exotischen Kram? Kempo? Nejitsu? Ja. Meinst du, du könntest mich umhauen? Oleg. Ich mag Oleg. Sagen wir Oleg? Konntest du die belauschen? Na ja, bist du aufregend, oder? Wahrscheinlich nicht. Hier rein. Hier rein. Verhext. Amazon Package. Ah! Stanley. Guck mal, wer da sitzt. Ehrlich? Glaubst du, der... Ne. Doch, ich dachte gerade. Ist ja echt witzig, wenn das Stanley wäre. Ist aber nicht ganz Stanley. Die ganze Familie endlich vereint. Darf ich? Ja. Erstes Mal im Real Space. Dass man hier einfach alle beklauen darf. Sehen wir uns das gute Stück mal an. Wie cool er ist. Macht's euch bequem. Danke für die Hilfe beim Scaffjob. Ein paar Wichser weniger in der Stadt. Das ist gut. Die im Rathaus sollten uns die Füße küssen. Na, du rock nix. Na, du rock nix. Nette Kabine. Schalldicht? Jackie. Nein, Mr. Wells hat recht. Wir reden hier gleich über ziemlich heikles Zeug. Die schalldicht aus auf jeden Fall. Aber wenn wir einverstanden sind, fange ich mit einer Frage an Mr. V an. Oh je. Evelyn Parker. Wie lief es? Gut lief's. Ganz gut. Schon? Äh. Äh, ich weiß halt nicht, ob sie... Ach, das obere. Ja. Na los, nicht so schön. Ganz gut, denke ich. Wir waren im Kompeki Plaza. Direkt drin. Mit ihrer BD-Aufnahme. Mhm. Hat mir Buck schon erzählt. Also kennst du das Ziel. Yorinobu Arasaka. Der Kaisersohn und mutmaßliche Erbe. Mhm. Der Mann mit dem Millionen Eddie-Namen. Ohne Talent dahinter. Evelyn Parkers spezieller Freund. Gottnex ist einiges neu hier. Und sonst? Ja, schon. Wollte sie nur Hallo sagen? Oder war noch was? Äh, Namudi, Matt Parkman. Sollen wir das hier machen? Ja, vielleicht. Diese Parker. Weiß nicht. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl bei dir. Gegen diese Brecher da. Einen Abend schlürft sie schon Paradis mit Yorinobu. Den nächsten redet sie mit Gästen im Lizzie's. Passt nicht zusammen. Fiel mir auch auf. Du meinst, wir zählen eins und eins zusammen und haben am Ende drei raus? Dann fehlt uns der gleiche. Drei wäre krass. Bei eins und eins. Ich hätte ihn gerne als Mathelehrer gehört. Und deshalb habt ihr mich. Wer euch ficken will, muss erst an Dex de Sean's 300-Fund-Arsch vorbei. Noch was? Ich mag ihn eigentlich. Mhm. Äh. Ja, lass das einfach mit offenen Karten spielen, oder? Ja. Ja, da war noch was. Parker hat mir ein Angebot gemacht. Ein Angebot? Aha. Die Art, bei der man den Mittelsmann übergeht und alles 50-50 teilt. Was? Den Mittelsmann übergehen? Das hat Jackie nicht gefallen. Er hat Verräuber rufen. Ich lach mich schlapp. Kunden, die lernen nie dazu. Was war das für eine Lache gerade? Ich weiß zu schätzen, dass du mir das sagst, Mr. V. Denn Vertrauen ist für jede langlebige und fruchtbare Partnerschaft essentiell. Erd geht's finger. Jackie ist doch cool. Ja. Äh. Ich dachte, du wärst angepisst. Mit Anerkennung bezahlt man keine Rechnung. Boah, nee. Lieber erst mal das, oder? Ich dachte, du wärst deswegen angepisster. Ich lebe schon zu lange in NC, um wegen jedem Amateur zu heulen, der mich verarschen will. Parker ist nicht die Erste und wird nicht die Letzte sein. Lass uns den Plan durchgehen. Was hast du für uns, Dex? Das hier. Das hier? Gut. Ach so. Dann wollen wir mal. Verstanden. Dex und ich haben die Details schon besprochen. Die Sache wird ein Spaziergang. Okay. Dann lass mal höhlen. Ein Delamain bringt euch zur Vordertür des Konpecki Plaza. Okay. Mit den falschen Ausweisen könnt ihr einfach reingeben. Dann durchbrecht ihr mit Bugs Hilfe das Hotel Subnet. Meiner und Flathead's Hilfe. Und zum Schluss schleicht ihr euch in Jorinobus Penthouse und holt den Relic. Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leichen. Am besten keine. Ihr seid die ganze Zeit mit T-Bug verbunden. Hab ich nicht so geskillt. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Ich bringe das wieder weg. Das Auto ist ein Delamain. Ist das beste Taxiunternehmen in Night City. Nada mal. Deshawn arbeitet nur mit den Besten. Und Delamain sind die Besten. Rotnings, die heißt, gefällt mir auch gut. Wenn man Stil echt mit einer sauberen Karin von A nach B kommt. Wie der jedes Jahr aufs Neue an Lizenzen reinkommt, ist mir ein Rätsel. Wenn alles glatt geht, bringt euch der Delamain wieder her. Und wenn's doch haarig wird, wird's Zeit für Plan B. Der da wäre. Das Notel-Motel. Ruhiger Ort. Keiner stellt Fragen. Von dort sehen wir weiter. Aber ich bin sicher, das wird nicht nötig sein. Sonst noch was? Ähm. Ja, stell doch erstmal Fragen, oder? Okay. Wart uns was zu unseren Identitäten. Wer sind wir? Hallo, Ramon Victorino. Und du bist Harry Conwell. Hi, ich bin Harry. Ramon. Was, wenn die Fragen, was wir da zu suchen haben? Business. Konzernwaffendeal. Falls jemand fragt, ihr trefft euch dort mit Arasakas Verteidigungstypen. Haji Mitaki. Sonst noch was? Wie kommen wir ins Penthouse? Jorinogu hat kaum Mietmuskel. Die Penthouse Security wird das Schwierigste. Wenn wir sie deaktivieren wollen, müssen wir Konpekis Dweller neutralisieren. Den Elite-Runner, der das Hotel-Sopnet überwacht. Der Haken ist, dass wir von draußen nicht zum Dweller durchkommen. Moment. Wir sollen in einen Raum gehen, in den nicht mal du kommst? Vertraut mir. T-Bug hat bereits alle Szenarien durchgespielt und gelöst. Hier kommt der Flathead ins Spiel. Ihr müsst ihn über den Belüftungsschacht zum Dweller lenken und ihn zu einer Pause zwingen. Der Flathead bleibt dort, verlinkt mit dem Dweller. Und in der Zwischenzeit rolle ich euch den roten Teppich zum Penthouse aus. Sonst noch was? Nö. Sonst nix. Keine weiteren Fragen. Ich weiß Bescheid. Perfekt. Ich habe eine Frage. Wann erfahren wir, warum wir alle hier sind? Jack ist etwas nervös, ja? Ein bisschen schon. Oh. Warte. Neue Leute kriegen bei mir 30 Prozent, aber in eurem Fall kann ich eine Ausnahme machen. Ich gebe euch saftige 40 als Bonus für deine Ehrlichkeit. Ja, guck mal. Ja, klingt gut, oder ne? Ja, finde ich auch. Von wegen sind nicht wichtig. Klingt schon besser, Dex. Ich habe nämlich einen hohen Verschleiß. Ja, ich habe 20 Mal gegen die Zwirne gekämpft. Du hast gesehen, wie das übersetzt wurde unten? Ja. Da stand Chido und dann wurde das auf Schick geglitscht. Das ist ziemlich cool. Das sind diese auch ganz die ganzen Dinger, die ihr im Kopf habt. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Eier schaukeln? Ja, ja, der macht das ja dann, wie hört das, und dann wird das so. Ihr wartet und haltet die Köpfe unten, denn Arasaka sieht zu. Also, wie dieser Grieche sagte, das Leben ist ein Bankett. Verlassen wir es weder durstig noch betrunken. Draußen wartet euer Streitwagen. Ich bin dann auch weg. Musst das Verlinken vorbereiten, damit wir uns noch hören. Sonst noch was? Letzte Chance. Wie alle mal sonst noch was fragen. Hm. Ja, nee, keine Worte fragen. Was ist denn da los? Nein. Alles klar soweit. Ich will ran. Dann mal an die Arme. Mann, oh Mann, was sie denn will ran? Oh, ich hab schon wieder vergessen. Nee, doch nicht. Was denn? Ich dachte, ich hätte schon wieder vergessen zu essen. Das hab ich aber nicht. Hast du gegessen heute? Ja. Oh. Es gab Manta-Platte. Aufstehen und los. Lass uns los. Warten bringt nichts. Ja. Lieber reich werden. Genau. Zack. Und die deutsche Synchro ist übrigens wirklich, wirklich gut. Ja, find ich auch. Ich würd's auch lieber auf Deutsch als auf Englisch spielen, wenn ich's spielen würde. Ja, ich hab mir vorgenommen, es über Weihnachten zu spielen. Aber? Willkommen an Bord dieses Delamain-Dienstes. Nö, kein Aber. Mit Delamain vergessen sich alle ihre Sorgen. Oh, sieht gut aus. Guck mal da. Ja. Ganz anderer Typ. Viejo. Abulavi, dieses halte ich derzeit für unangemessen. Ach ja? Darf ich dich dann mal an den Jungen, seinen Abschied meines Cousins, ey? Solche Dienste bieten wir derzeit leider nicht an. So geil, das in der Zukunft aber immer noch Anzug so dieses Symbol ist, ne? Für Business und Status und so. Ja, warum denn nicht? Willst du ein Nackt-Business machen? Dein Rohr rausholen? Vor Fahrteintritt muss ich die Identitäten aller Fahrgäste verifizieren. Bitte verbinden Sie sich mit Ihrem Director-Link. Äh, machst du auch? Er macht das auch, ja. Ja? Das ist doch keine andere Wahl. Ist das, wenn wir lang warten, ist das, äh... Was bist du denn so hibbelig? Mach mal. Was bist du denn so hibbelig? Hier, pass auf. De La Main, Gefechtsmodus einleiten. Verzeihung, aber Sie befinden sich derzeit nicht in akuter Gefahr. Mhm. Okay. Der Lauf hat ja. Der Lippe. Der mit ne ganzen Armee Saka-Ninjas-Nita-Affin sein muss. Was beinhaltet Excelsior noch? Umfassende Gesundheitsfürsorge, inklusive eines etwaigen Leichentransports. Als der Tod im Fahrzeug eintritt. Wow. Was für ein Downer. Ist dieser Gefechtsmodus legal? Natürlich. Er fällt unter Artikel 2 der Verfassung. An Bord sind Sie berechtigt, meine außergewöhnlichen Fähigkeiten zu verwenden. Dex knausert nicht, hm? Und dank dir kriegen wir obendrauf noch saftige 40%. Das hab ich oft mit. Ja. Ja. Mhm. Dass Leute einfach die nicht bewegen, wenn sie mit ihr reden. Genau so fährt man direkt in die Bovaliga. Ich muss Bauchreden, mal trainieren. Du musst echt mal chillen. Hä? Noch sind wir ja nicht da. Ich weiß nicht, Jackie. Genieß die Karre, Jackie. Scheint mir, als verlierst du deine Bodenhaftung. Scheint mir, als hättest du irgendein Problem. Oh nein. Ich brauche dich mit klarem Kopf und bei der Sache für den Job. Dieser Kopf war in meinem ganzen Leben nie klar. Lass mich dir was erklären. Guck mal, wie gruselig. Da hätten die Augen auch in dem Rückspiegel. Ja, ein bisschen schon. Hey, wie läuft's? Wir werden sehen, wie's läuft. Hey, wir sind gleich beim Hotel. Hör zu. Ich leite euch über eine verschlüsselte Direktleitung durchs Konpecki. Wie, ruf mal Jackie an. Erzüngttest. Sicher ist sicher. Ja. Und? Nur rauschen. Sag mal was, Park. Die größten Verbrechen werden durch Übermaß und Ausschweifung. Nicht Mangel und Not begangen. Bitte was? Aristoteles. Du verstehst mich also? Ja, dich schon. Deinen griechischen Kumpel eher nicht. Klang aber echt verhaben. Du könntest ja mal versuchen, es zu verstehen. Was ist mit dir wie? Du bist nicht cool genug. Ja, wir müssen das mal skillen. Wir müssen mal cool werden endlich, Marcy. Okay, Tech ist soweit, wie's aussieht. Será mejor que si. Wir hören uns. Danke, dass Sie sich für Delamain entschieden haben. Und viel Glück. Ich warte hier auf Ihre Rückkehr. Parfum. Endlich geht's los. Okay, auf geht's, ey. Oh, fast vergessen. Kein Eisen, oder? Muss der ein Rohr auch weglegen? Mein Rohr, denke ich, ist nur Alu. Geile Karre irgendwie, ne? Schon ganz geil für ein Taxi. So, so, rough. Okay. Ja. Kann ich übrigens auch gehen? Ne, ne? Das weiß ich nicht genau. Wir sind da, Buck. Doch. Die Reservierung ist auf deinem Namen. Ramon. Du willst Hajimei-Taki-Spritz. Militär-Tech-Abteilung. Papiere sind für den Flathead. Keine Sorge, ich krieg's im Konpeki-Plaza. Ich wette, er verliert seinen Cool. Aber das ist nicht meine Entscheidung. Sie hat ihre Leute. Ich bin nur Ersatz. Willkommen im Konpeki-Plaza. Bitte treten Sie nacheinander durch. Alles klar, Ho, äh, Sir. Alles klar, Ho. Moment, ich hab hier was. Würden Sie mir erklären, warum Sie militärische Ausrüstung ins Konpeki-Plaza bringen? Wir sind Waffenhändler. Wie bitte? Sie sind hier, um Takisan zu treffen, richtig? Sehr golden. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Darf ich jetzt auch? Ich glaube schon. Das dauert nur einen Moment, Sir. Bitte sehr. Der Güldene. Der Golden Boy. Yokozo, herzlich willkommen im Konpeki-Plaza. Wir möchten einschicken. Natürlich. Einen Moment, bitte. Auf welchen Namen haben Sie reserviert? Victorino. Und Harry. Dr. Tima, zwei Erwachsene, eine Nacht. Korrekt? So ist es. Perfekt. Ich werde Takisan über Ihr Eintreffen informieren. Takisan? Das war nicht Teil des Plans. Red mit ihr, V. Sag irgendwas. Das wird nicht nötig sein. Solide. Wir machen uns frisch und informieren ihn selbst. Aber Takisan erwartet Sie doch. Oder? Senorita. Wissen Sie, wie lange wir schon unterwegs sind? 18 Stunden aus Neu-Barcelona. Mit Verspätung am Meta-Key, weil irgendein Cyber-Psycho sich im Terminal in die Luft gejagt hat. Ach, ein Albtraum. Natürlich. Ich verstehe. Sie haben die Lapis-Lazuli-Suite auf Ebene 42. Oh, eine Formalität noch. Bitte validieren Sie Ihren Zugangstip. Nach dir, Harry. Okay. Harry geht vor. Harry geht vor. Da. Äh, da. Harry hat lackierte Nägel, weil er es gut findet. Ja, ist auch gut. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Okay, gehen wir. Ja. Äh, normal sagen die im Empfang immer, wo der Aufzug ist, aber gut. Ich denke, da ist einer. Barcelona, im Ernst? Improvisation. Versuch's auch mal. NM Nevox, guten Abend. Guten Abend. Was meinst du, Harry? Hm? Ziemlich nett hier, ne? Echt wie dieses Messehotel in Zürich. Lass gut sein, Jack. Das reicht. Was denn? Ich nehm das halt ernst. Ich mag ihn. Was ich eben sagen wollte, weißt du, wir spielen hier, aber ich guck gerade wieder auf dieses Tablet. Oha, erzähl mal. Nee, ist nichts Neues, glaub ich. Aber ist trotzdem geil, diesen Amount da schon zu sehen. Ich weiß nicht. Den Amount? Die Menge. Achso. Heute 380 Euro, ich bin zu den guten Zweck schon. Das ist wirklich krass. Wir kommen und von der Gibraltar. Die erste halbe Stunde. Unter der Woche sind Reservierungen nicht möglich. Suchen Sie sich also gern einen Tisch ab. Ähm. Oder setzen Sie sich ein Hibar, wenn Sie mögen. Wenn alles vorbei ist, komm ich irgendwann mal mit Mist hier. Ihr könnt nur einen Blick wagen. Ja, hoffe ich auch. Scheiße. Die sind zumindest auch ein bisschen funky, aber man sieht schon irgendwie die Oberklasse. Ja, die sind nicht so abgeranzt. Und du springst über die Tische, oder was? Kuba war eine Sache, aber das in Nairobi geht zu weit. Farida, damit hatte ich nichts zu tun. Ich dachte, das wäre Heizu Kujima. Ist es vielleicht ein bisschen so abgeranzt, oder? Ist es vielleicht ein Mister-Eck? Sieht ein bisschen so aus, oder? Ist es nicht so abgeranzt, oder? Nein, jetzt nicht mehr. Aber von weiter weg schon. Und wenn ich sage, es werden Köpfe rollen, dann meine ich das genauso. Ich würde sagen, sie haben genug Gewalt. Die anderen Gäste werden bunt. Die Musik finde ich cool. Ich finde es cool, dass man ihn auf den Auszug draufdrücken muss. Ist Jackie eigentlich schon wieder weg? Ich weiß nicht genau, wo er ist. So, die ist ja schon hochgefahren. Wusstest du das? Apartments, please. So, wir gehen von Arn. Ja. Ich bin, glaube ich, bei Folge 18. Mhm. Und ich bin wirklich positiv überrascht, wie ausgeschmückter Storytelling ist. Hört ihr das, Leute? Hört ihr das? Es ist trotzdem noch irgendwie überschaubar von der Handlung, was wirklich passiert. Mhm. Aber es steckt halt viel Liebe im Detail einfach zu den Charakteren und zu so kleinen Zwischenhandlungen, die so passieren. Ja. Und wie die Charaktere so untereinander sich verhalten und wie ihre Beziehung zueinander sich auch verändert. Das finde ich schon ganz geil zu beobachten. Ähm. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also, ganz ehrlich. Es ist jetzt gerade, wie gesagt, ich glaube, das Finale bahnt sich gerade so ein bisschen an. Wir sind im Zimmer. Haha. Oh, guck mal. Schade, dass wir nicht übernachten. Gute Wahl, Bart. Ja. Schön, dass dir die Serie gefällt. Mein Wecker geht gerade. Alter. Ja. Wir sind mal rein draußen, ja? Mach den Flathead an und such den Schachtzugang. Hm. Klingt einfach. Einfach ist oft am schwersten zu meistern. Aurelius? Aristoteles? Wer ist es diesmal? 100% Tebac. Wo ist der Schacht? Boote den Scanner. Sieh dich um. Äh. Flathead bereit. Scanner? Nee. Scann mal die Luft. Also, die Decke? Nee. Solltest du nicht nach dem Schacht suchen. Schacht. Guck mal da. Da rechts. Da. Links. Da hinten in der Ecke. Da. Jackpot. Gut. Jackie. Wie sieht der Flathead aus? Alles klar. Böh. Ich find ihn geil. Guck ihn dir an den süßen Knuffi. Systeme laufen. Ladung bei 100%. Können wir irgendwie sehen, wo der hinläuft? Scann mal. Oh nein. Oh, das ist spannend. Kontrollsplitter? Der wird doch bestimmt hier irgendwo sein, oder nicht? Hat er den vielleicht? Hat Jackie den? Nee. Doch. Doch. Hier. Na dann. Na dann. Oh. Hm. Was ist aber hier denn gelandet? Oh. Hallo. Okay. Ab klarer Sicht. Man darf die Leute nicht aus den Wohnungen. Auf zum nächsten Schacht. Schacht. Wir alle entweigen Straf. Schacht matt. Es geht doch nicht ums Geld. Es sind Waren. Wie steh ich denn jetzt bitte da? Man wird sagen, ich habe die Kontrolle verloren. Kann er schon? Oder soll ich warten, bis sie irgendwie... Ich glaube, er könnte. Mehr können wir nicht versprechen. Nee, er wird entdeckt. Wir versuchen es. Jetzt. Mehr kann ich nicht versprechen. Das ist klar, weil er unsichtbar ist. Ich glaube, es geht klar, weil er unsichtbar ist. Guck ihn mal an. Der ist voll gut. Moppet 1. Einen wunderschönen guten Abend. Moin. Und für alle, die neu reinkommen, auszuzeichen Charity. Falls man Interesse hat. Charity. Vielleicht hat er es drin. Patche dich zur nächsten Kamera. Da ist wieder der Moderator. Wieso bist du so sicher, dass es für dich war? Weil drauf stand, an das nette Hausmädchen, das ihn findet. Und drin, das Chaos tut mir leid. Oh, wie süß. Überall war Blut. Aber das bringt Geld auch ordentlich. Oh. Äh, Bug? Problem. Was denn? Zimmerservice ist im Weg. Ich lenke sie ab. Was haben wir denn im Subnet? Okay. Schon dabei. Ob das Himmel ist? Wer? Wie wär's mit dem Fernseher? Ich sage, such weiter. Aber ein Smartphone-Panel, bringt das was? Nein. Nein. Überhaupt nicht. Warum nicht? Das Terrarium hat einen Temperaturregler. Sehr gut, ja. Er linkt den Flathead damit. Warum ist das jetzt besser als ... Wenn er da lang krabbeln kann, dann kann er auch da reinkrabbeln. Wahrscheinlich, weil die Tür aufgeht, ne? Macht er schon? Ähm, Cat? Irgendwas ist mit dem Ferrario. Ja. Es hat geklappt. Meine Güte. Hast du eine Ahnung, was diese Dinger kosten? Weiter jetzt. Keine Zeit für Schmeichelein. Ja. Das ist ne coole Mission. Ich mag die. Ja. Skywalker? Wie heißt der Familien-Clan der Star Wars in allen Filmen eine nicht ausweckte Rolle spielt? Das ist ein einfacher Quiz. Das ist ein einfacher Quiz. Das ist ein einfacher Quiz. Wieso muss ich den eigentlich jetzt steuern, wenn das so ein geiles, mega krasses Obergerät ist? Ja, weil es irgendwie nicht ganz funktioniert hat. Okay. Der Dweller ist hinter der Tür. Flattert kann sie öffnen. Ja. Wo ist denn der Dirk-Mann eigentlich? Der ist wieder weggeflitzt. Er hätte mal hierbleiben können. Okay, dann. Wie geil er da so lang krabbelt, ne? Ich mag ihn so sehr. Ich will einen aufs Haustier. Wie nennt sie ihn? Sieht aus, als hätte er Probleme. Shit. Es muss noch einen Weg geben. Moment. Auf der anderen Seite ist noch eine Kamera. Aber die ist aus. Vielleicht. Soll ich sie anschalten? Ja. Sieh dich nach einem CCTV-Port um. Computer. Jeremy. Frachtgitter. Da, hm? CZ-TV-Port. Jetzt muss ich wieder dieses mit dem Buchstaben machen. Brücke 1, um zwischen den verfügbaren Kameras hin- und herzuschalten. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Dweller ist drin. Wie geplant. Komisch, dass das Hotel nur einen Runner hat. Lieber ein guter Dweller als zehn gewöhnliche. Hm. Madrunner-Stuhl. Muss ich da reinlegen für... Ich initialisiere neu, ne? Flathead sollte ihn neutralisieren können. Guter Gedanke. Ich lege nen Dimenoid auf die Verbindung. Du weißt, du musst den Flathead direkt mit seinem Stuhl verlinken, oder? Ich mach sowas nicht zum ersten Mal. Okay. Geschickt. Er gehört dir. Zuerst muss der Flathead aber da rein. Mhm. Andi MBR, herzlichen Dank. Ahoi auch zu dir. Ahoi, Andi. Dank für den Sub. Ahoi. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Hab vielleicht einen Weg rein. Schick den Flathead darüber, dann wechselt zur zweiten Kamera. Kann doch nicht wechseln. Da unten links... Ah, okay. Flathead mit dem Stuhl verlinken, B. Wo ist der denn? Kommt der jetzt von irgendwo? Hacke den Dweller mit dem... Ah, da. Ah, guck mal da. Voll eklig. Ha, hab ihn! Ich liebe Demons. Der Flathead bleibt, oder? Der behält den Dweller im Auge. Nice. Ich geh in Kompekis Hauptnetz rein. Du, lock dich aus. Zack. Ich hab ein bisschen Störung. Gut. Bisschen schwindelig. Sonst nichts. Das wird gleich wieder, oder? Ja. Oh, wie gut das aussieht. Mhm. Bist du da, Buck? Ja. Ja, ich bin hier. Okay. Hör zu. Das Eis ist dicker als gedacht. Da durchzukommen dauert Stunden. Stunden? Geht das nicht schneller? Willst du, dass mein Kopf explodiert? Setz dich halt hin und genieß deine schicke Suite. Danke. Wehr dich. Wie? Du solltest dich auch ausruhen. Okay. Level up. Vielleicht können wir jetzt mal Coolness skillen. Kurz. Vielleicht machen wir das. Ah, zurück. Das mache ich immer falsch. Was musst du denn machen dafür? F gedrückt halten. Nicht reinklicken. Ah, okay. So, was haben wir hier? Still und tödlich. Erhöht den Schaden durch Waffen mit Schallgedämpften. Ne. 25 Prozent. Schleichen ist auch nicht deins. Ne. Kampfmaschine vielleicht? Okay, wenn du einfach dann andauernd voll viel machst, dann kriegst du da eine passive. Das zum Beispiel, den Skilltree fände ich ein bisschen unübersichtlich. Vielleicht muss ich mich aber doch daran gewöhnen. Wahrscheinlich muss ich daran gewöhnen. Was benutzt du am ehesten? Klingen nicht eine Handfeuerwaffe? Gewehre? Hm. Hm. Ne, ich glaube auch nicht, ne? Äh, Speicherkapazität? Ne, mach doch. Wollen wir hier nochmal reingehen? Aber Tragekapazität brauchen wir auch nicht. Wir brauchen... Ja. Weiß ich nicht, das vielleicht. Aber wir haben keine Schrotflinte. Die Stunkenwaffen, da sind wir wieder. Beim Rohr wieder. Das hätte ich vor dem Boxkampf machen sollen. Oh, Moment, gibt's noch eine Spende? Rockmix! Vor 10 Minuten gerade nochmal 25 Eui. Mega gut, vielen, vielen Dank. Deinen Dank. Deinen Dank, wir haben jetzt schon die 400-Euro-Grenze überschritten. Das ist völlig insane, Leute. Ihr seid völlig irre. Das ist krass, oder? Vielen Dank. Wir machen was richtig Tolles hier. Kurz vor Weihnachten nochmal, äh, schon so viel gesammelt für den guten Zweck. Ich find's mega krass. Ist so. Ganz ehrlich. Auf was wollt ihr denn gehen? Ja, so richtig hab ich kein, kein Konzept, also ich bin schon gerne im Fernkampf einfach. Ja, dann mach doch Reflexe mit Fernwaffen, oder nicht? Gewehre, hier. Der hier? Ne, das haben wir schon. Geh mal da drunter, was ist denn da drunter? Ne, da drunter. Ja, warum nicht den? Und dann links daneben den auch noch, was ist das? Hätten wir vielleicht lesen können, aber... Das ist doch Quatsch. Hat das noch einen Punkt? Ne, das ist eins von zwei. Aber das ist eins von zwei. Ach so. Ach, das ist eins von zwei. Aber wir haben keinen Punkt mehr. Ich glaube, ich würde jetzt hier den Ausstieg suchen. Du suchst den Ausstieg. Weil ich muss noch Dinge tun und später beim Brettspiel-Duell auf Zack sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Und mich wird der Dirk hier gleich ablösen. Ich werde mein Headset vorbildlich auf den Platz legen. Und Dirk wird das hier benutzen. Das frische. Das frische Headset. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Dankeschön. Hier bei dieser Mission. Ich hoffe, du wirst die gut machen. Ich werde nebenbei vielleicht einen Blick drauf werfen. Das ist gut, weil du hast echt Überblick. Mit dem HOD und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, wie viel Dirk schon gesehen hat. Ja. Dirk hat wahrscheinlich genauso wenig Überblick wie ich. Wahrscheinlich. Ich wünsche euch trotzdem viel Erfolg. Und Chat, seid nicht zu verzweifelt. Backseat gamed ein bisschen. Genau, macht das ruhig. Helft den beiden. Daniel, vielen Dank. Und viel Spaß nachher beim Quiz-Duell, falls man sich nicht mehr spricht. Brettspiel-Duell. Ja, ja. Aber lieb von dir. Ja, danke. So, ich werde mich kurz aufhängen. Mach mal. Tschüss, Leute übrigens. Tschüss. Und danke nochmal. Das ist wirklich, wirklich cool von euch. Ja, ist krass. Tschüss. Tschüss, Daniel. Tschüss, tschüss, tschüss. 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 Mein rechter, rechter Platz ist frei. Ich wünsch mir den... Dirk herbei. Da ist er. Episch. Epische Intro. Hallo Dirk, was hast du da schon wieder Tolles? Meine Güte, ein Riesendingen. Dirk kommt rein mit seinem Riesenteil. That's what they say. Hallo. Hi. Was hast du da? Hallo. Ein Riesendingen habe ich da, wie immer. Ist doch ein Megadonut. Alter, guck dir das Teil an. Halt mal in die Kamera, was ist das? Das sind feinste Assorted Pralines, die uns zugeschickt wurden von Twitch. Von Twitch? Twitch hat uns die geschickt. Ein Twitch Weihnachtsgeschenk. Grüße gehen raus. Hallo Twitch. Dankeschön. Das ist richtig nett von euch. Ich habe das ehrlich gesagt... Man muss, glaube ich, diese Schleife hier... Nee. Ich glaube, einfach erreißen. Weil ich weiß nicht, wie das genau... Hallo Mucki. Ah, geil. Das ist mal eine Schleife nach meinem Geschmack. Mit Klettverschluss hinten. Wie geil ist das denn? Ich schleife mit Klett. Alter, das ist so episch. Ganz ehrlich, ich vermisse den Klettverschluss ein bisschen in meinem Leben. Ja, ja. Auch an den Schuhen. Überall. Das war perfekt. Alles perfekt. Klettverschluss ist einfach perfekt. Wieso ist es nicht mehr Norm, als Erwachsener Klettverschluss Schuhe zu tragen? Ja, wirklich. Ja. Wollen wir ganz kurz eine Praline, oder? Ja, schon, ne? Guckt mal. Oh Gott, Leute. Ganz ehrlich. Aber ist das dann von Twitch Deutschland oder Twitch USA? Das kommt, also das ist rausgesendet worden aus London. Ja, dann ist das Europe. Switch Europe. Achso. Nochmal. Das ist nochmal Klebeding. Kein Klett leider. Da ist kein Klett. Klett ist fett. Ja. Der hat gefühlt ewig nicht mehr gesehen, sagt Zelda Zambuka. Ja, back in the game, oder was? Äh, hier. Nochmal so ne Schutzdings. Alter, Marcel! Das ist doch so ein Riesenteil! Junge! Könnt ihr das sehen? Junge! Oh, Alter, diese Riesen-Sterne! Oh mein Gott, das muss alles in meinen Bauch hier ganz schlecht. Okay, Marcel, einen jetzt aussuchen. Welcher willst du? Den Großen! Nein, nein, lass mich mal gucken. Ich versuche auch nicht reinzuatmen. Boah, die heben wir uns auf, oder? Ja, ja. Hier fair enough, oder? Guck dir mal ihn hier oben an. Ja, ja. Er ist komplett... Er ist mega insane. Ich glaube, es sind Erdnuss. Ich glaube, ich möchte den hier. Oh, Leute, welchen würdet ihr nehmen? Sagt mal ganz ehrlich. Könnt ihr das sehen? Ich hab den. Ist das irgendwie... Ich weiß gar nicht, was für Kamera haben wir denn hier da? Gibt's eine, wo man das so ein bisschen nah sieht? Du hast eine nahe, glaube ich, ne? Oh mein Gott. Mal hier bei Marcel, guck mal. Und? Oh mein Gott! Was ist da also drin? Ja, hier. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Guck mal! Oh! 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 Ich will es! Alles! Oh mein Gott! Ist die gut, ja? Ja, die ist richtig gut. Okay, dann nehme ich die auch. Oh mein Gott, die ist richtig gut. Wo ist der Janik? Kann der auch schnell kommen? Und sich was gönnen? Oh! Die ist krass, oder? Spannend! Ich weiß schon, welches ich als nächstes nehmen würde. Ich nehme noch einen und dann ist Schluss. Die staubige. Da ist eine, wo die M draufsteht. Nee, ich will die staubige. Ja, bist du da? Mach mal ein bisschen näher noch. Ach so, du hast kurze Arme, ne? Hier, so eine staubige. Wie Chewbaccas Klöten. Mh. Oh. Oh, mein Gott, das ist einfach alles so geil. Hm. Oh mein Gott, das ist einfach alles so geil. Oh, hier die mit der Nuss da. Hier sind zwei Haselnüsse drauf. Ich glaube, das soll nicht. Oh mein Gott. wie so wie bekannte was so lecker sein hotel chocolat britisch kakao grower da ist eine anleitung drauf aber ganz kurz was zu sagen ja hier genau hier sind hier steht zu allen pralinen steht da was dabei das ist spannend was habe ich gerade gegessen hier oder wir die mit den drei punkten das sollte karamell cream aufregend sollte karamell cream sollte karamell cream war mega krass und die schwacker hoden rechts unten janduja bombe melts in the mouth like butter oh gott das klingt natürlich auch sehr oben im büro stand alter keks du bist auch noch da schnell pralinen abholen das hier von twitch für uns alle und das ding ist das ding ist hier muss ich dazu muss ich kurz mal was sagen es heißt immer das leben ist wie eine schachtel pralinen man weiß nie was man bekommt und dann mit so einem ding alles kaputt gemacht die anleitung zum leben spoiler warum schreibt aber wir warte nein warte noch nicht lesen nicht lesen wir lesen erst wenn wir es gegessen haben na toll ok ich nehme jetzt noch ein noch ich hatte ja auch erst ein mann ich hätte jetzt auch den genommen mit dem puder ich kann ja nicht alle nach essen macht doch so gut ja weil lieber lecker ja weiß ich nee ich nehme was anderes aus prinzip ich nehme jetzt hier den damit der sieht aus als wäre da vielleicht eierlikör drin die muss man auch direkt im mund stecken also abreißen okay sorry ich bin jetzt können wir wieder machen oder warte ich hole dich kurz ab wir haben eine mission bekommen und wir sollten wir haben ja im ersten teil haben wir so einen kleinen militärkampfroboter spionageroboter geklaut ohne ja so ein krabbeler den haben wir jetzt in dieses hotel geschmuggelt und haben den durch kameras die wir übernommen haben durch das hotel navigiert bis zu einer bestimmten stelle und da ist jetzt gerade und macht so sachen und jetzt müssen wir warten weil das dauert wohl moment bis es weitergeht und setzen uns jetzt hier gerade hin mit jackie und seinem kompagnon der sich dummerweise hinter dieses fisch hologram geschmuggelt und was machst du sagst scheiß drauf und machst was gründen ist eine scheiß gang stahl drachen oder so du verlässt deine familie sie ist die real skin über und machst einen aufgängern führer das bisschen es bis bisschen schwierig drauf momentan das kümmern nicht ein konzern baby und seine straßen romantik der ist bestimmt lustig ich bin juri nobura saka wollt ihr in meine gang kommen mit konzernschutz und dieser bescheuerte name stahl drachen gangster mit silberlöffel im arsch erst hat ihn sein ganzes geld gelangweilt dann seine gang scheiß turist turist oder nicht erst gerade in der lobby und wir sind im geschäft penta security ist eine praline perfekter und jetzt vorhanger ob du eine willst er dachte vielleicht ist ein neuer kurser name von uns die ganze zeit ab an ihr praline also dass wir wenn du willst ja kannst ruhig muss da nicht rumkriegen die sind hier ist heiß von der dings robert alles geschmolzen noch nicht aber passiert bestimmt ich habe wieder zugeklebt daniel das ist doch quatsch und klips dazu weil das keiner ist ich verstecke die auch nach der sendung ne auf jeden fall gib mir mal noch ein und dann finden wir sie nächstes jahr irgendwann er darf nicht gucken ja ne ne das ist so ist man keine pro libra niemand will das ich will wissen was was ist die groß wäre ich glaube die sind richtig geil ich glaube die sind richtig geil ist mal ist mal kurz und sag mal welche hat er welche hat er die die kleinen runden ich glaube die sind richtig schon gerne passt auf was haben eine nomadin und eine seekuh gemeinsam in der musik alter passt ganz gut hast du gerade noch eingegessen gut als erbe dann darf ich auch noch ein direkt wir haben die regel zwei als besser als der sohn von rauwels konzentration der schiff na los schnell wieso warum die eile die auch in robo signal ist weg wo er unter die magie gegangen er wird in dem punkt los stecken habe ihn gleich wieder macht jetzt euren scheiß job ich schwöre dir du kriegst gleich so auf den sack mhm da unterm boden sucht nach nem schalter mhm zügig ist zeitdruck? nee oh doch ja hä sag ich doch geht nicht okay hat geklappt was jetzt? verlinkt dich und mach uns reich schon dabei boah ich hab ein bisschen schitz, guck mal wie schlecht das wetter geworden ist draußen mhm wie hier gerade jetzt Tobak ist ja auch scheiß wetter ein Moment ich hab ein bisschen nervös, das ist einer kommt sind wir verwundbar in dem Moment wo man hackt? ja oh je ich weiß nicht wer personal rennt wie aufgescheucht durch die gegend alle 200 das gefällt mir gar nicht gefällt mir auch jetzt nicht so gut wie lange noch die shit yorinobu kommt zum penthouse schäf's auf ihn öffne den safe hab's gleich fertig super ok guck rein guck dir nach vorne die maus ging nicht, die war automatisch ok ok biochip integrität 100% schätzt du das heißt ja kann ich sie ja zumachen erst? ok ich hab zu spät johinobu was wo versuchts mit der säule was sprichst du nein rein da jetzt welche säule da ist irgendwie die du kannst in diese irgendwie kann man da eintreten naja oh fuck my life sind drin nur löstest das problem nicht die glaub mir das weiß ich auch mal warte ne sekunde ok ich hoffe dass das ändert ja ich glaub es ging automatisch auch ich fass es nicht ist das adams mesher bodyguard schlimmer alter kummer dahinten ein city legende heiß kalter bastard was machen wir jetzt wir warten sind sie bereits hier sie nähern sich vom landeplatz wovon reden die fuck wer kommt da dieses lederknatsch beim hinsatz ist übrigens immer extrem laut im spiel das kann nicht sein ist das 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 ding ist nicht schalldicht er knallt denn ab oder so Was machen sie denn? Ja, sehr gut. Wie eng ist es bei ihm? Zu Jackie, ich habe zu Decke verstanden. Nee, zu Jackie, sorry. Ich habe mich nicht überrascht. Ich habe mich nicht überrascht. Ich habe mich überrascht. Ich glaube, ich habe mich verraten. Ich bin nicht sicher. Was ich hier? Ich habe mich überrascht und ich will, Ich bin der Fall. Was? Du hast nur mein Leben gedacht! Und das ist nur mein Leben! Und das ist nur mein Unternehmen! Moki hat eben nochmal 25 Euro gespendet. Alter, megagut. Vielen Dank, Moki. Kasse Typen, ey. Schön, dass ich auch gespendet habe. Oh, fuck. Oh, fuck. Wo ist der Bodyguard? Den hat er weggeschickt. Oh je. Scheiße. Pssst. Wir sind so gut wie tot. Dafür wird bestimmt uns angehangen, wenn wir uns finden. Und dann sind wir richtig am Arsch. Ja, ja, ich weiß dir. Genau das. Ich will. Ich will, dass das Hotel abgeräumt wird. Was ist der Anlass? Achtung. Im Camping Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Code Reds. Und wir klemmen da drin. Und dann gehen Sie in Ihren Zimmern. Ja. Jetzt muss er den Mörder selber beschützen. Ähm. Scheiße, was war das denn? Alter. Hoffentlich wurde das aufgezeichnet. Saburo umgelegt. Was? Seinen eigenen Vater. Ich will nicht nach draußen. Wartet, gleich kommen massig Sicherheitsleute auf euch zu. Scheiße, wir sind geliefert. Fuck, fuck, fuck. Nachdenken kannst du später. Wir müssen hier weg. Nein, 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 nein. Raus oder nicht raus? Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Wir in dieser dummen Wand, ey. Wo ist Yorinobu? Ich, ich weiß nicht. Chemlings sind da. Das Gebäude wird abgeriegelt. Kann sie sich dann auch gleich raus, vielleicht? Okay, hab was. Fenster, los. Öffnen das Schloss. Da sollte eine Leiter sein. Eine... Oh, fuck. Nein, 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 nein. Nicht jetzt. Wir haben mich... Fuck. Fuck. Jetzt glücklich, Jackie. Äh, äh. Zur Leiter. Rum. Sachte, sachte, sachte. Oh, Mann, no, das rennt ihr da. Ich hab Angst. Ja, zu Recht. Jetzt gleich ist er an der Scheibe, ich schwör's dir. Ja, ja, ich schwör's dir. Da gibt's gleich auf jeden Fall einen Jumpscare. Scheiße, ist das Trauma. Weswegen Saburo ist, sind sie etwas spät. Oh, nein. Wo sind sie? Ich seh sie nicht. Fuck. Oh, oh. Und durch die Decke, natürlich. Oh Gott, hättest du früher springen können? Nee, ne? Doch, ein bisschen, ja? Ah, fuck my life. Aber ich glaub... Alter. Oh, scheiße. Das war knapp. Der Relic. Madris. Das ist nicht gut. Jackie, du blutest. Das hat Zeit. Sieh nach dem Relic. Druckabfall im Behälter. Biochip Integrität bei 94%. Und sinkt weiter. Karacho. Äh. Barker, ruf sie an. Und ihr sagen, der Koffer ist hin? Tu's einfach. Okay. Ach, oje. Kompacki ist überall in den Nachrichten. Was zur Hölle ist da los? Probleme. Der Kyokoffer ist beschädigt. Biochip Integrität bei... Jackie? 86%. 86% und sinkt? scheiße. Okay, hör mir zu. Ihr könnt nur eins tun. Einer von euch muss den Relic in seinen Normalpot stecken. Das klingt nicht gerade sicher. Je länger ihr wartet, desto größer das Risiko, dass wir ihn verlieren. Ja. Haben schlechtes Gefühl. Dass wir das sein könnten. Zündet nicht. Jackie, alles okay? Weiß nicht. Denk schon. Fühl mich nicht anders. Wenn ihr zurück seid, nehmen wir den Relic raus und machen eine Neuralreinigung. Aber zuerst müsst ihr da raus und zwar sofort. Wir arbeiten dran. Fuck, der Jackie hat dringend was abgekriegt, glaube ich. Ja, das sieht nicht gut aus. Wir sind gleich da. Halt dich bereit. Klar? Natürlich, Mr. Wells. Das hoffe ich doch mal. Wir müssen irgendwie die Lobby erreichen. Der einzige Weg zur Garage. Und wir sollten uns beeilen. Fuck, Alter. Hat er dich in den Stimm reingezogen oder so gerade? Jackie, kommst du? Halt den Kopf unten. Okay. Was ist dein Vorgehen am liebsten? Baller, Baller und raus? Eigentlich schon, aber hier habe ich jetzt kein gutes Gefühl mit Baller, Baller. Ja, erst mal ein bisschen was mitnehmen. Ja, das muss sein. Looten muss schon sein. Looten ist mein Vorgehen. Vor allem Pfand. Ich bin so. Einer, du. Einer, ich. Warte. Yorinobu Arasaka wurde aus dem Gebäude gefahren. Wiederholen. Yorinobu Arasaka wurde evakuiert. Was zum Teufel geht davor? Ich sehe sie nicht. Na? Reicht dir das jetzt? An Sicht? Wo ist der andere? Einer, du. Einer, ich. Hat er gesagt. Ja, ja. Steht der da schon? Mit dem Rücken zu dir? Wenn er sich umdreht, alter hat er dich, ne? Just saying. Hallo Justior. Wieso kann ich nichts kennen? Ist die Pflanze im Weg, oder was? Wie fühlt ihr das? Wie fühlt ihr das? Nicht so zappelig. Achtung! Im Konpecki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Willkommen bleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Okay, Stealthy von hinten. Ah, ja. Okay. 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 Ja, ja. Ich bleib cool. Ich loote nur kurz. Okay. Das ist ne Baller jetzt. Okay. Sonst nix, ne? Sieht ja erstmal nicht so aus, zumindest. Duut. So ein Schnaps. Das muss sein. Ja. Er guckt ja nicht in meine Richtung, oder? Ja, ja. Ich bin ja da. Warte kurz, ob die weggehen, ansonsten mache ich ein Abdeckungsmanöver. Dann sieh doch mal nach. Bleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Okay. Hey! Kameras! Kameras, 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 Kameras. Wo denn? Wo sind Kameras? Da. Naja. Okay. Kamerasteuerung, ausschalten. Koscht ein. Aber ich schalte sie auch aus. Ausschalten, remote aktivieren, aktiviert. Äh, bereit, oder? Ja. Ja. Keine Ahnung, ob der Du da hinten nicht immer noch erwischt. Oh. Mhm. Smart, wo ist Jackie hin? Ist der vorgelaufen? Hast du ihn gesehen? Nicht gesehen, ne. Okay, ich nehme mich auch nicht mehr. Was ist mit ein Du, ein Ich? Ja. Die Zeit ist vorbei, glaube ich. Total. Hoffentlich bleibt die auch für immer aus, da oben. Hier ist nochmal ein roter Punkt angezeigt auf der Karte. Jackie kommt mit. Sie ist auf der Karte. Haben die Kameras noch einen gesehen? Oder? Hier noch keiner gesehen. Hallo. Okay. Okay. Zack. Okay, den haben wir es dann auch verstecken. Klingentörber. Ja, hoffentlich, wenn keiner von draußen kommt. Hoppala. Ich habe ihn ein bisschen fest auf den Boden geschmissen, glaube ich. Check hier alles gut bei dir. Hallo, Papa zuckt. Das heißt ja auch Papa zuckt und nicht Papa zuckt, oder? Deswegen passt das ganz gut. Das sind zwei, oder? Ja. Das waren wohl alle. Okay. Das läuft ganz kurz. Hör nur noch ein bisschen. Was hat das gemacht, Herr Ping? Ich dachte, Ping bedeutet, das lenkt hier ab oder so. Naja. Offenbar nicht. Dich ist einfach verschlossen. Abhängungsmanöver. Ah, ja. Hä? Aber da war was. Ich gehe das checken. Schnappe ich mir jetzt den rechten? Weckige Penner. Ja, oder? Endem schnell, Alter. Ja. Ja, den anderen. Jackie macht doch auch nichts mehr, oder? Schnack, Schnack. Die verstecke ich aber jetzt nicht, glaube ich. Ich versuch die immer am Leben zu lassen, sonst wird nichts mehr. Wer ist bereit für eine Party? Achtung. Hallo? Im Konpecki Plaza wurde ein Code Red aufgelegt. Schön schreien. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Oje. Na, Jackie ist echt... Wir schmeißen deine Leiche den Ratten zum Fraß vor, du Hurensohn. Haben die mich jetzt entdeckt? Oder was? Keine Ahnung, glaube ich nicht, oder? Oh, oh. Der ist auf jeden Fall alarmiert, der Typ. Fuck my life. Alter, deine Mähne guckt safe oben rüber, oder so. Was... Ich bin mir großartig. Du hast den Kugel aus. Oder... Sö, ich bin mir schnell gestalten. Oh, oh, oh. Was ist das? Ich bin super weit weg. Oh, 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 oh. Ist das so ...? Ich hab keine dabei oder was? Ach, die ist nicht ausgerüstet. Ja, aber die ist nicht ausgerüstet. Oh mein Gott. Ah, jetzt hab ich's gerafft. Sorry. Weil ich hab meine ja abgegeben beim Missionsstart, you know? Ja, ja, ja. Oh, mei. Okay. Da muss man ganz schön was reinpratzen. Ja, das ist eine Pumpkan, sehr gut. Okay, die kann man vielleicht auch ausrüsten, oder? Oh, das hab ich nicht gerafft und ich denk schon so, hä? Das war wieder mit einer Woche Spielpause und dann bist du auf einmal irritiert, warum er sie nicht zieht. Ja, ja. Und du hast beim letzten Mal sie immer mit zwei geholt. Ja, keine Ahnung. Okay. So, ich lad mal kurz überall durch. Ja. So soll das, glaub ich, nicht laufen. Aber ich hab das Gefühl, wir sind irgendwie unnötig bekannt. Vielleicht hätten wir gar nicht lang gemacht. Doch. Ist das die Tür, die auf ist? Ich glaub schon, oder? Ja, okay. Ja, ich hab nicht ganz verstanden, warum überhaupt aufmerksam geworden ist auf uns. Keine Ahnung, aber vielleicht hätten wir hier einfach drum rumlaufen sollen. Baustrad hab ich auch gemacht. Er hat halt keine ausgerüstet, deswegen hat's nicht geklappt. Ja, 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 ja. Keine Ahnung, ob man das hätte irgendwie anders lösen können. Ja, mit Sicherheit. Da hab ich schon wieder nicht gesehen jetzt. Das ist richtig schwer. Ich lege die. Die können dich sehen! Ah, da ist er. Okay, Rumble. Let's go! Für den Lichtkönig! Ich glaube, Jackie frisst das alles gerade. Drei Stück sind da. Granate! Oh scheiße! Feuer! Jackie ist das! Nicht auf ihn schießen! Warum stellt er sich da vorne hin? Moment! Ich sag nach! Ihr seid kein gutes Team, sag ich ganz ehrlich. Du hast volles Leben, du kannst Gas geben. Ja, ist es schnell weg. Äh... Ich weiß nicht. Ich weiß nur, das ist dein letztes Magazin. Dann ist die Waffe leer. Die haben bestimmt was, hier unten. Wir haben noch gespielt! Yes. Hier we go! Oh... Wir fahren hier nassern mit der Gang. Wir werden angegriffen! Ach, das ist schon... Wir haben nur den roten Pfeil gesehen. ... Es war nix drin in so'n... Ich weiß nicht, Schuss... Neun Schuss nur noch, neun Schuss nur noch. Ja... Ja... Das war... Einheiten am Boden! Mein Kiel! Er ist getroffen! Weiter feuern! Oh, jetzt! Oh, jetzt zum Beispiel! Ist eng, ja! Oh, jetzt zum Beispiel! Ja, die haben ja einen, äh... Offensichtlich, absichtlich nicht so zum Über... Ja, ja! Ähm, ähm, Tank gemacht. Damit die Sachen auch wirklich challenging sind. Ich spiel auch schwer, ne? Kommt dazu! Na klar! Hört sich auch so! Aha! Ein Host! Ja? Ja! Von wem denn? 300 Clown Fiesta! Eins, zwei, drei, hundert Clown Fiesta! Fiesta, Fiesta Mexika! Du ist gerade, ähm, hier ein bisschen stressig. Aber ich kann dich in Ruhe begrüßen. Marcel klärt das hier mit unseren Besuchern. Also wir haben hier ungewünschten Besuch und da sehr gewünschten Besuch. Hallo Herr Fiesta! Moin Moin! Und vielen Dank! Im Fort Fiesta, von meiner Schwester... Ich hab das Gefühl, wir hätten hier unentdeckt bleiben können und sollen. Aber es ist, wie es ist. Sollen? Was heißt sollen? Es gibt ja eben immer mehrere Wege zum Glück. Ich skill ja auch auf Rambo, ne? Das ist ja auch so. Und dein, ähm, 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 Glück ist eben... Hardcore Vibes. Das geht nicht! Was ist mit der anderen? Wir sind mal früher mit, ähm, einer Gruppe von Freunden nach Dänemark gefahren. Mit, äh, drei Ford Fiestas und einem Golf 2. Stichwort Clown Fiesta. Nicht 300, aber... Drei. Und das war auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall eine ganz... ...Pensure Clown Fiesta. Kann man nicht anders sagen. Love it. Was habt ihr gemacht? Habt ihr auch Cyberpunk gespielt? Wir sind noch relativ am... Wieso sehen die mich direkt auf einmal? Die hacken nicht, stimmt, oder? Ne, das würde ich sehen. Ja. Ich hab sie noch nicht mal gesehen. Na sehr, nicht. Aber jetzt werden die auch manchmal gehackt und... Oh Gott. Da hinten. Weil sie schon Agro sind, ja. Das kann schon sein. Ne. Du machst überhaupt keinen Schaden auf die Entfernung. Oh. Neutralisiert das Ziel! Ja. Ist ne gute Stelle eigentlich. Hm. Schotze. Keine Nachlage nichts mehr. Oh. Noch einer. Na komm. Okay. 67 nur noch. Genau, man. Ein bisschen Heels gut. Oh. Noch einer. Ne, das ist Jacky, glaub ich. So. Du sollst ja in den Lift. Ab in den Lift, komm. Ne, das ist hier irgendwie einer. Oh ja. Hä? Egal, I don't know. Vielleicht, äh... Der sollte ne Zugangskarte... Irgendwann hat ne Zugangskarte, hat er gesagt. Arasoka, Offizier. Arasoka, Ersatzduckenkommandant. Ich versuch mal drauf, drauf zu schießen. Ja, da sollst du. Ich weiß nicht, ob ich ihn erwische. Ah! Oh Gott! Junge! Da kommt er plötzlich. Hey, ich hab später mit Sicherheitsfreigabe. Fuck. Ah. Okay. Warte auf Jacky. Haben wir gemacht? Oh, vamos, vamos, vamos. Ja, ja. Vamos, vamos. Komm, let's go. Äh, Lobby. Neues Item halten. Die gönne ich mir aber mal kurz. Ah, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das so ne geile Nummer ist. Wo ist die denn? Bitte? Ist aber nicht besser, ist schlechter sogar. Ja. Der ist auf jeden Fall ganz schön geliftet jetzt, der Gute. Was ist denn? Saburo Arasaka. Ja. Hundertfünfzig Jahre. Und heute. Ausgerechnet heute. Scheiß Komödie, oder? Spar deine Kräfte, Jacky. Wonach sieht das denn aus? Ach. Ach. Wie? Wir überleben das. Okay. Erzähl das, Buck. Vielleicht wär sie noch am Leben, wären wir nicht so übereifrig gewesen. Last. Lass das nicht. Anniere aus. Kannst. Warum nicht ändern? Dann. Sind wir schon da eigentlich, oder? Nö, du bist noch. Ganz schön hoch. Oje, oje. Schein schlägt schon direkt auf Kampf rüber. Oje, ich hör die Stimmen. Feuer frei. Ich denke, dass das als Ablenkungsmangel bei jetzt nicht so gut funktionieren wird. Komm raus. Ist hinter der Wand. Los! Los! Du bist mit der kleinen Nate. Mhm. Bin gleich wieder dabei. Boah. Die stecken rein, ne? Ja, ja. Stecken mehr ein als Voodoo. Ach, das schwingt schon wieder. Deine Kamera? Ja, ich weiß nicht. Überrasch mal. Mach die auch mal aus, ne? Ja, wegen mir. Schieß! Da ist wieder einer. Einige. Das ist eine Granate wert, oder? Boah, Alter. Ich wurde gerade ganz schön... Haben die mir gegeben. Hab ich auch noch Granaten, ja. Schon, ja. Aber es sind alles nur Flashbangs. Okay, die ist leer. Ja. 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 Oh, ne. Da ist noch... Der Game Game. Scheiße, wir sind ungeschützt! Geil. Die halten sich auch für ungeschützt. Nachladen. Schieß! Schieß! Alter, die halten aus! Kannst du schon früher schießen, bevor er durch ist komplett mit nachladen? Oder muss er immer alle abflusslagen? Ne, ich kann nur schon abbrechen. Okay, okay. Wir haben eine Granate! Junge. Erstmal die Autos hinten. Die sind fast tot. Oh, ich bringe das weg. Du bist schon wieder gehittet. Kann nicht laufen. Oh, oh. Oh, oh. Den anderen. Den er ist. Ja, ja. Der ist getroffen! Weiter feuern! Fuck, fuck! Jawoll. Komm. Yes. Down. Zu weit. Scheiße. Hilft der Jacky eigentlich noch? Der hängt nur hinten in die Anruhe. Ja, ab und zu mal. Schiltern mal. Aber der kommt jetzt. So, jetzt. Zack. So, ihn erstmal umlocken und dann bringen wir das kurz zu Ende. Sehr gut. Okay. Nino Tauro. Oh, snap! Wow, mei! Und du hast nur noch, äh, 10 Schuss da in der Blinte, ne? Oh, das sind deine letzten 8 Schuss. Ja, aber das kann ich nicht machen. Ist da noch irgendeine Waffe? Nur Pistole noch. Okay, werden wir hin. Okay, Waffe wechseln. Ja, okay, das geht auch. Boah. Hm. Saubere Entnung. Wie hießen die? Die Dinge? Minotaurus? Ich hab's nicht lesen können. Der hat keinen Loot für mich, weil er explodiert ist. Das ist ja scheiße. Hast du ihm zu doll gegeben. Neues Item erhalten. Oh, jo. Okay, kurz noch mal schauen. Irgendwo noch geiles Loot. Da halte ich noch was. Übel, 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 übel. Ne. Okay. Ja, Hauptsache wir haben irgendwie noch genug Schuss jetzt irgendwie auch mal. Weil das war gerade eben wirklich dünn. Ja. Ich mein, wenigstens war die Pistole noch am Start, aber... Hu. Dann nehme ich erstmal die. Ach wohl, ne. Wir sind kurz vorm Ausgang. Ja. Ach, ne. Kann ich, ach so, kein Schuss. Mann. Kannst nicht auf sie schießen. schon wieder Lift fahren? Oh. Das war richtig krass gerade. Das war ja nicht ohne der Kampf. Oh man, alter. Er schleppt sich ja nur noch. Ich hab einen Leck. Ein Leck. Mach das nur noch schlimmer für dich. Komm einfach raus. Warte, Jackie. Seid ihr mit der Karre hier reingefahren? Steht ihr unten? Wir haben so einen, so einen, äh, Ferngestattewagen, der Verteidigungssystem sogar hat. Okay. Also, jetzt haben sie uns noch nicht gesehen. Wir sind alarmiert, aber sie wissen nicht, wo wir sind. Ja. Zur Abwechslung. Aha. Schießen wir auf unseren Wagen? Oder auf uns? Ich empfehle dringend, keine Zeit beim Einsteigen zu verbieten. Okay, dann. Stopp, stopp, stopp! Dallamein, drück drauf! Willkommen zurück. Dallamein, vergessen sich zu lieben. Wenn ich gleich loswerst, fragt gleich Sorgen. Nicht schlecht. Der fährt automatisch, ja? Kunnen Fiep weg, in die Friert. Hä? Hä? Wow! Oh nein. Das ist einer der Dings-Bodyguards. Von hier oben, ja. Ja, ja, ja. We're out. Und jetzt? Eine feindliche Luft-Einheit hat uns im Wesen. Eine feindliche Luft-Einheit hat uns im Wesen. Na klar, ja. Na klar, ja. Hier, ja, Logo. Luft-Einheit, wo? Oh, lol. Du hast nicht unendlich Schuss, ne? Da siehst du, dass du schön triffst. Ja, ja. Aber der geht down. Der geht down. Der geht down. Den Apparat. Die Lade-Animation fehlt. Jo. Stimmt. Na ja. Ich bleib gar nach. Ja, ja. Zack. Und? Ja. Gute Arfein. Der hell? Scheiße, Jackie. Wir haben's geschafft. Haben wir wohl. Die medizinischen Sensoren melden, dass Mr. Wells' Zustand kritisch ist. Bring uns zu nem Ripper-Doc. Los! Tut mir leid. Das ist nicht möglich. Unsere Route wurde vorhanden. Vorausgeplant und ist bereits bezahlt. Ein Abweichen ist nicht vorgesehen. Scheiß auf den Plan! Tu, was ich dir sage! Schon gut. Wie? Ich schaff das. Ich schlage vor, dass Sie Mr. Wells wachhalten. Ja, komm. Ab jetzt kriegen wir nur noch Premium-Jobs. Hörst du, Jack? Alter, was? Nein! Du bist reich, Karnal. Das spüre ich. Nein, Jackie! Wir werden reich! Du und ich! Der... Biochimp! Nimm du ihn! Stell ihn dir vor! Ich... ... Fuck me! No way! Das hätte ich nicht gedacht! What? Jackie! Paint your picture! Mr. Wells ist verstorben. Wohin soll ich ihn bringen? Was? Das Excelsior-Paket beinhaltet die kostenlose Entsorgung sämtlicher sterblicher Überreste. Ich brauche nur ein Zielwort. Die kostenlose Entsorgung sämtlicher sterblicher Überreste. Bläh! Ah... Ja, wohin? Rick Vectors Klinik? Ja, echt. Press F. Nach Hause. Jackie war der Beste. Äh... Zu seiner Familie, oder? Das hätte er gewollt. Ja, komm, vielleicht. Aber der wird gereinigt, oder? Zu seiner Familie wollen. Mr. Wells' nächste Blutsverwandte ist Guadalupe Alejandra Wells, Besitzerin der Bar El Coyote Cojo. Ich werde mich darum kümmern, ihn dort hinzubringen. Mr. Deschamps erwartet Sie in Zimmer 204. Wir sehen uns in der Oberlinie. Da war die ganze Mission schon so ein bisschen... Äh... Komisch drauf. Das hat sich richtig emotional angebarrt. Ja. Fuck, ey. So viel Story war bisher, habt ihr noch nicht gemacht bisher, ne? Ne. Das ist, glaube ich, die dritte Story-Mission. Weil das ist... Ich wollte gerade sagen, weil das ist eigentlich... Das passiert relativ früh im Spiel. Wusstest du das? Ich wusste das tatsächlich schon, ja. Ich wusste das nicht. Ja, ich wusste... Aber ich weiß gar nicht mehr, warum ich das schon wusste, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, ob das, ähm... Das werden Sie ja wohl... Das werden Sie ja wohl kaum in den Gamescom-Präsentationen gespoilert haben, so. Aber irgendwie habe ich das schon in einer Gameplay-Präsentation irgendwo gesehen. Heavy-Spoiler auf meinem Riesen-Fernseher hier unten. Krass, ey. Und hier ist auch irgendwie... Ist hier einfach gerade nichts los, oder ist hier auch was passiert? Sieht halt oft so abgefuckt aus, dass man gar nicht sagen kann, ob hier ein Überfall war oder nicht. Mhm. 430 Euro. Neun Spenden schon. Ja, ist wirklich krass. Achso. Ich versuche nicht aufzupassen, sagt er. Das ist hart, ne? Naja, das kriegst du nicht... Das kannst du nicht verpassen. Es tut mir leid. Das ist leider... Wir sind jetzt wieder bei diesem, äh, äh, dicken, ne? Also das ist, glaube ich, unser... Unser Auftraggeber. Lass mich rein. Er wartet. Mit Muskeln? Ah, okay, dann weiß ich auch schon, was passiert. Irgendwie kenne ich den Abschnitt schon. Ich glaube, der war mal in der... Ich glaube, der war in der Gamescom-Präsentation, ne? Deine Fresse ist überall. Und Jackster? Ist er im Auto? Ja, er ist im Auto. Tot. Mein Beileid für dich. Und der Relic? Hab ihn hier. Hat dich befürchtet. Was? Saburo Arasaka. Tot. Hast du ne Ahnung, in welcher Scheiße ich deinetwegen stecke? Du hast den Kaiser ermordet! Seine Majestät! Alle, die nur mit nem Finger in der Sache stecken, sind so gut wie tot! Haben wir Experten, ob Arasaka in der Lage sein wird, sich von dieser Krise zu erholen. Ja. Du hast uns doch in die Scheiße geritten! Was war das für ne Vorbereitung? Du wusstest nicht, dass Saburo Arasaka auftaucht? Ich bin nicht sein Scheißassistent! Außerdem hat dir keiner gesagt, du sollst den Mann umbringen! Wir warn's nicht, Mann. Das warn wir nicht! Ach ja? Erzähl das den Saka-Ninjas, die dir am Arsch kleben! Wir stecken so in der Scheiße! Geh dich wachen! Das Bad ist dort! Ich hab irgendwie ein ungutes Gefühl! Geht nicht! Nee, das ist nicht das Bad! Das ist hier links! Das ist die Tür! So! Das sieht aus wie ne Dusche! Ist doch ne Dusche! Ist doch ne Dusche! Ist doch ne Dusche, ja! Warte! Nein, ich kann nicht warten! Einen Platz! Ich zahne! Flietmuskel? Ach! Das ist einfach schlimm! Nein! Ist so krass! Wie ich ihn überhaupt null so gebaut hätte! Ja, den Schnurrbart hätte ich auch nicht blau gemacht! Den hätte ich ganz normal dunkel gelassen! Spiegel einschlagen! Sind wir so irre? Nee! Wir sind besonnen! Wascht dir das Gesicht? Check! Gibt es da Erfolgspunkte für euch? Alles klar! Momentchen mal erstmal! Nehme ich meine Gallenwaffen wieder in die Hand! Jeremy Sawyer sagt, das Gesicht ist der Wahnsinn! Ist doch besser hier! Kann ich ihn nicht nehmen! Ist ja auch wieder zu! Danke! Das nehmen wir als Kompliment, oder? Was denn? Dass das Gesicht der Wahnsinn ist! Aber sieht auf jeden Fall richtig evil aus! Aktion gesperrt! Weil ich im Dialog bin! Kann ich keine Waffen wechseln? Ich wusste es, Alter! Jetzt ist wieder alles voll Blut! Dreht waschen nochmal! So wiskant wie! Weißt du noch, unser erstes Gespräch? Spring dich auf! Das ruhige Leben! Ruhmreich draufgehen können andere! Da haben wir noch volle Leben! Das war der Prolog jetzt alles? Ähm! Ähm! Fuhl wieder mit seinem F! Hä? Intermezzo! Ah! Ja! Ist ja irgendwie eine Gameplay-Präsentation! Wir werden ja Dings! Ja, ja! Ich weiß, wer wir sind! Hey! Alles okay? Stimme direkt erkannt! Oh mein Gott! Du kannst nicht rauf! Hey, hey! Cool bleib! Oh mein Gott! Den DMCA-Modus habt ihr an, ne? Ja! Ja! Fahrt nur! Sicherheitshalber! Natürlich total zugedröhnt! Mietmuskeln! Oh mein Gott! Johnny fucking Silverhand! Hey! Heute Nacht! Verabschiede ich mich von euch allen! Weitere Gurke! Ein bisschen cringy! Ein bisschen cringy, aber... Geld ist Geld! Da gibt es keinen Spaß! Was haben wir denn hier? Sieht aus wie Line 6! Bumper! Die Nopsis sind auf jeden Fall Fender. Wie viel willst du dafür? Die Potis? Ja, die Potis sind Fender. Aber ich weiß weiter. Aber sonst sieht das aus wie Line 6, was ja sehr merkwürdig wäre. Ein paar Boxen, ein paar Kombos. Alles Kombos? Man weiß es nicht. Also wenn das das Band-Equipment ist, ist das ganz schön low. Vielleicht ist das nur der Ersatz. Und das sind alles Verstärker. Ganz ehrlich. Sind die Rest schon verladen oder was? Ihr vergeudet euer Leben, lauft uns hinterher wie Hündchen. Groupies. Überall Verstärker, das ist völliger Blödsinn. Samurai, so heißt die Band, ne? Oder? Ich weiß gar nicht. Ne, ist das nicht auch eine Gang? Ist das die Band? Ich glaube, es ist eine Band. Ach so. Das war mir noch nicht so bewusst. Du weißt gar nicht, was du in die Jacke hast? Ne. Du hast Band-Merch. Band-Merchandise. Ich kann mich grad nicht hinknien. Der kann das nicht. Knie kaputt. Johnny, warte. Mach das nicht. Du kannst immer noch zurück. Auch ein bekannter Sprecher, ne? Mhm. Ja, ja. Ähm. Lass ihn mal reden, vielleicht hören wir's. Komm her, Mann. Scheiß auf die Band. Nicht deine Leute, nicht deine Szene. Mach dein eigenes Ding. Mist. Ich werde dich echt vermissen. Bis zum nächsten Leben, mein Freund. Samuel L. Jackson. Walking Dead. Zum Beispiel hier. Baseballschläger. Ich dachte jetzt an Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson war das nicht. Nee. Oh. Ich liebe's, wenn du sauer bist. Bring mein Südstaatler Blut in Wallung. Silverhand. Hey, scheitern! Bring uns in die Luft! Hier, setz das auf! Und nimm es nicht ab! Klar! Okay. Ich bin jetzt irgendwie, äh... Aber nicht so ganz sicher, was passiert. Blood like fire. Hammer. Hammer. Auf die drauf. Wie heißt der denn nochmal von Walking Dead? Der mit Lucilla. Ich weiß noch wie sein Baseball Sticke heißt, aber nicht mehr wie er heißt. Ich hab Walking Dead nicht geguckt. Drei Folgen oder so. Was da draußen abläuft, waren wir das? Jami CD. Damit Arasaka seine Aufmerksamkeit auf Whalen richtet, weg vom Tower. Works Whalen-Yutani? Wir sind nicht bei den Pfadfindern, Trampfen. Schluck die Gewissensbisse runter. Okay. Ist das das Gebäude, wo wir drin waren? Nee. Anderer Tower, oder? Mhm. Wobei ist ja auch Arasaka Tower. Zieh in dem Reichweite! Lass es regnen! Hör mich schon! Oh je. Schieß du, ja? Mh-mh. Der schießt. Johnny! Leider! Ich übernehme! Ich übernehme! Mh-mh! 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 direito unten quasi. Schick. Ich glaube, links ist noch eine Schlagc. mh... Jo. Weil, aua. Habt ihr, er hat gar nichts getroffen. Und du rasierst sie hier so weg. Du kannst auch ranzoomen und rauszoomen, habe ich ja gelesen. Oh. Aber jetzt ist es vielleicht auch egal. Geil, das glitscht. Der richtige Terroristen. Mhm. Der soll keine Fahrstuhler, äh, Fahrtbinder. Die Explosion schüttet das Fundament. Wir haben nur ein kleines. Link mich ein. Oh, ist das... Also sie wollen das Ding offensichtlich, ähm... Ich hab nen Fehler, glaub ich. Die sind alle weggeglitscht. Da sind sie wieder. Grasgrün, fliegen Vögel, fressen Katzenmäuse, scheißen Rattenflöhe. Ganz schön ausgestattet, ne? Ja. Meine Fresse. Die Antwort... Ist das ein Video, was läuft? Ach, ich drücke C und skippe die Dinger. Oh Gott, oh ne. Oh, scheiße. Warum hast du denn C gedrückt? Ich wollte mich hinknien. Die sehen dich sonst. Ah. Dann hast du die ganzen Glitches. Ich weiß gar keine Glitches. Okay, also sie haben offensichtlich... Man kann es nur erahnen. Der gehört zu uns? Ne. Man kann jetzt erahnen... Warte, wir machen ja ganz anderen Schaden. Ja, und wie er die... Allein wie er nachlädt. 2.500 Kopfschuss. Zack vorbei. Jetzt bin ich richtig angepricht. Warte, muss schon überhaupt... Alter, der kann Feuer spucken. Ja, das ist cool, der Nachkamp-Angriff. Das sag ich, wie es ist. Alter, aber das können wir alles machen auch noch. Die Enhancements und so. Ich glaub, da geht noch richtig viel. Da merkt man erstmal, was für ein Plattmann ist, ne? Mhm. Wenn man mal einmal mit Johnny Silverhand spielt. Also es geht jedenfalls offensichtlich darum, Bombe platzieren zuerst. Äh. Mach schon die Bombe scharf. Worauf wartest du? Ja. Ist das im Inventar oder so? Jetzt ist er da. Wie ist die Bombe nochmal? Jetzt kommt sie und wir müssen los. Schönen Aufzug nach uns schicken und Bombe. Ist schon mies. Wäre blöd gewesen ohne Aufzug. Los, weg! Vor allem. Hoffentlich kommt man raus pünktlich. Schieß die Kabel durch! Schmeiß die Rotoren an, wir sind gleich da! Okay. Oh, ich muss noch was erledigen. Vielleicht schlägt vor. Ist neu zu belegen im Menü. Mit dem Überspringen und Crouch. Ich wusste es, verdammt! Es ging dir nie um Konzernkolonialismus, oder? Sondern um dein verdammtes Groupie-Output. Du würdest das nicht verstehen, Rogue. Du hast vier verfickte Minuten. Der Hutschrauber wartet keine Sekunde länger. Bei ihr Stimme ist auch voll bekannt. Hier ist offen. Arasaka weg seinem Anmarschen. Ich lieb dich, Spyder. Wo sind sie denn? Ich sehe sie gar nicht. Da. Er lädt schon cool nach. Wie er die automatisch scannt. Wie sein Kopf explodiert ist. Er ist völlig übergepimpt. Wie sein Kopf explodiert ist. Er ist völlig übergepimpt. Schieb! 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 Schon ziemlich Rampage. Okay. Zapp! 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 Du bist da! Die Köpfe fliegen einfach in die Luft. Gleich am Zugangspunkt. Oh je. Der rastet richtig aus. Hast du John Wick gesehen? Ja, ja. Klar. Kennen wir denn jemanden, der das Subnet-Protokoll umschalten kann? Sehr komisch. Hilfst du uns oder nicht? Weil jetzt spielen wir mal mit den großen Jungs hier. Zeit, ein paar Fliegen zu fangen. Danke, Murphy. Und jetzt noch mal wenig. Scheiße. Und? Und nun schalten wir zum Arasaka Tower, wo die Evakuierung nach einer Anschlagsdrohung durch eine unidentifizierte Terrorzelle in vollem Gange ist. Ist doch der gleiche Tower. Zeitgleich vielleicht sogar. Nee, 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 nee. Nicht zeitgleich. Das ist viel früher. Star City, Embole Ebunike, erklärte, dass man jegliche terroristische Handlungen unter der geballten Faust des Gesetzes ersticken werde. Ja, aber das ist ein ziemliches Prequel. Hoffentlich kann unser Korrespondent vor Ort am Arasaka Tower etwas Licht auf die sich verschärfende Situation werfen. Fertig. Und jetzt raus da. Und war jedenfalls... Sokommen hoch. Sofort zum Dach. Schnell. Dann offensichtlich nicht... War dann offensichtlich nicht erfolgreich die Mission. Fuck. Oh, Adam Smasher. Den haben wir schon mal gesehen heute. Die Tür ist verriegelt, aber die hält nicht lange. Wie wir es geschafft haben? Lauf, Johnny, so schnell. Niemand weiß es. Lest die Geschichtsbücher. Hey. Wow. Da stehen die Fliegen ohne uns. Oh mein. Ah. Ach, er hat uns gezogen, oder was? Smasher. Hab's doch gesagt, Johnny Boy. Eines Tages mach ich dich fertig. Der Sound passt nicht. Okay. Sehr viel früher, okay. Da war auch der Smasher noch nicht ganz so cyborgig, ne? Ja, da war noch ein bisschen mehr übrig von ihm. Militech. Und der kleine Arasaka, oder der alte Arasaka, aber wahrscheinlich noch der junge Arasaka. In dieser Folge wird mir zu viel gestorben. Autsch. Ja. Versuchen wir es nochmal. Deine Komplizen. Wer sind sie? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Willst du den guten Kopf da drüben nicht mal was sagen lassen? Sei nicht so. Oh. Oh. In der Groins. In dieser Organisation gehörst du an. Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Diese Backpfeifen. Pimpslab. Dein Boss scheint nicht so begeistert von eurer Leistungen. Oh, oh heard. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja. Ah, Mann. Oh ja, oh ja, oh ja. Was für ein Umleg? Oh ja, oh ja, oh ja. Mein Mann schtab in dieser Dom. Aber es gibt Schlimmeres als den Tod. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Warum? Dieses Ding? Wieso hast du das getan? Um deinem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Menschen sind schuldig, sie sind schuldig. Aber der Geistler ist anders. Der Geistler ist schuldig, aber der Geistler ist nicht schuldig. Der Geistler ist 150 oder nicht? 50. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, Soulkiller. In Gram Transfer? Hey, nähere dich dem Fremden. Du hast zu viel Items. Das ist doch der Turm, wo wir gerade eben... Oder ist das was anderes? Oben, wo ist er? Matrix-Shit hier. Das sind wir, ne? Ja, wir... Ah, wir haben so einen Dings-Shit. Ach, jetzt raff ich's erst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Genau. Ah, Junge. Da bin ich jetzt gerade irgendwie spät drauf gekommen. Oh mein Gott. Stammt das ja eben ganz kurz in der, in der Überprüfung? Als wir in Final Fantasyland gespielt haben? Wobei war, du weißt das bestimmt. Ich hab nämlich, hab's mir das nicht direkt gelesen. Ja, ja, jetzt gerade, genau. Jetzt stand 2077, aber ich meine vorhin, als wir Johnny Silverhand gespielt haben. Ob da auch, stand da auch 2077? Nee, ne? Nee, kann nicht sein. Das muss ja viel früher gewesen sein, tatsächlich. Oh oh. Dude. Oh, das ist er wieder, oder? Hallo Schmetterlinger. 20, 23, gut aufgepasst? 50 Jahre. Nice. Dann war der da ja erst 100. Ach so. Wir fahren wir später. Gut. Oh, snap. Die wollten den reinschmuggeln. Mann, schon wieder drauf. Immer diese Backpfeifen. Wenn der wüsste. Warum haben wir das aufgezeichnet? Hoffentlich haben wir das aufgezeichnet. Wenn der Bescheid weiß. Alles safe. Dann ist er unser Brudi. Ohne Scheiß. Na ja, du. Ja, wir klären das jetzt mit ihm, denke ich. Ich war im Müll versteckt. Wir klären das jetzt für ihn. Komm schon. Komm schon. Tell ihm. Tell ihm. Tell ihm die Wahrheit. Hörst du mich? Ich brauche deine Hilfe. Direkt rein. Oh, er hält sich den Arm irgendwie. Was ist passiert? Bei der Übergabe ist wohl was schiebgegangen. Oh, snap. Okay. 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 Hä? Ach so, dass wieder eine andere Gang ist, oder was? Vermutlich. Oder von, weil er weiß, dass... Nee, oder? Komm schon. Alter. Ich bin nicht tot. Aber ich fühle das, weil die Autos stahlen sich echt schwierig. Ja. Klobig. Du hast zu viel dabei. Entferne überflüssige Items aus dem Inventar. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wo sollen die alle herkommen? Uh. Wir fahren die ganze Zeit rückwärts. Nur mal so. Ja, schieße ihn. Alter, was? Ich drücke. Fis drücken. Okay. Okay. Der ist doch noch da, Alter. Ja, ich schwöre es dir. Oh, man. Oh, fuck. Oh, nein. Boah. Alter. Ich kann immer nur so zwei Schüsse... Das sind VR. Ich kotze. Ich kotze im Strahl. Das sind VR. Ja, ja. Also, irgendwie. Der Typ ist noch ein Zappeln. Nee, du tippst wieder um. Halt die Augen offen. Fuck. Fuck. Geil. Wir brauchen beide medizinische Versorgung. Gibt es eine Ripper-Talks? Ja, der ist vielleicht doch auch noch rausgefunden, ne? Fluff. Hast du dich gut geschlagen. Du hast dich gut geschlagen. Vergeute keine Zeit. Victor. Flickt uns zusammen. Na dann mal hin zu Victor, oder? Wir müssen irgendwie dorthin. Ruf jemanden an. Irgendwen. Ja, komm. Oder? Oder meinst du das andere? Nee. So. Gut. Guten Tag. Meinen Scannern zufolge sind sie außerhalb des Versorgungsgebiets. Komm. Mich einfach holen. Ich muss zu Mistis Esoterikum. Vor Victors. Sehr wohl. Ein Wagen ist unterwegs. Er sollte in weniger als 20 Minuten eintreffen. Was fällt dir ein? Hey! Was fällt dir ein? Alter, ey. Ja, vielleicht hat das gescheckt. Bitte führen Sie das Kabel unterhalb des Ohrs ein. Aber nicht zu tief. Zwischen seinen Lymphknoten unter dem Kopfwendermuskel sollten zusätzliche Neuralbuchsen sein. Wenn ich versehentlich eine Wehde treffe, stirbt er. In der Tat. Wenn Sie nichts tun, aber auch. Ich glaube, ich habe Wusen. Stellen Sie nun eine Verbindung her. Spätestens jetzt sieht er es vielleicht. Hoffentlich. Ich würde mir wünschen, dass er mir uns glaubt und dass er sieht, was wir gesehen haben. Aber der hätte uns doch sonst keine Pistole gegeben, oder? Ja, also ich dachte im ersten Moment, er braucht einfach nur Hilfe, um diese Gang auszuschalten. Aber ich glaube, diese Gang wurde auch geschickt. Muss mich setzen. Ist das dein Blut? Mäste. Wir sind in eine ganz schöne Scheiße reingeraten. Oh Mann, Alter. Und es geht irgendwie nicht raus. Wir wollten doch nur die dicke Kohle machen. Mit so ein paar Kack-Jobs. Ich schneide durchs Hinterhauptbein. Gebt keinen anderen Weg. Damit riskieren Sie. Ich weiß, was ich tue. Hinterhauptbein. Na klar. Hinterhauptbein. Klingt nicht gut. Nee, klingt, als sollte man da nicht rumschnippeln. Bin kein Arzt, aber... Finger weg von meinem Hinterhauptbein. Das ist top. Meinst du, das ist da? Ich würde sagen. Am Hinterhaupt. Weil das ist auch das Hauptbein, das mit dem du... Denn mein Sprungbein zum Beispiel ist mein Hauptbein. Könnte auch sein, ja. Und da hinten dann? Und das andere ist das... Nebenbein. Hashtag Oberliegern. Hashtag Oberarm. Junge. Hashtag Hauptbein. Das Monkey Monkey. Wie geht es ihm? Noch nicht so gut wie dir, aber es wird jeden Tag besser. Ja. 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 Ich weiß noch nicht, was ich von ihm halten soll jetzt. Hey. Weg von meinem Hinterhauptbein. Aber er passt offensichtlich auf. Wie? Bist du da drin? Mein Kopf. Wie fühlst du dich? Fuck. Auf jeden Fall fuck. Nein! Ich bin nicht weg. Nein. Es dröhnt in meinen Ohren und ich sehe Dinge. Diese Halluzinationen, beschreib sie mir. Blendende Lichter. Es ist laut. Ich bin auf einer Bühne und kann kaum atmen. Ich bin voll von... ...Hass. Dann lasse ich alles raus ins Mikrofon. Es bringt nichts. Ich fühle mich nicht besser. Oje. Und dann, versprich mir nicht zu lachen, platziere ich eine Bombe im Arasaka Tower. Da gibt es nichts zu lachen. Hm. Night City sah anders aus. Seltsam. Und ich hab's gehasst. Jeden Menschen. Jeden Zentimeter. Das war zu real. Selbst für einen Wachtraum. Du hast nicht geträumt, wie. Das waren Erinnerungen. Auf diesem Splitter ist ein Persönlichkeitskonstrukt. Deine Träume waren seine Vergangenheit. Das, ne? Mhm. Ich soll die Erinnerung einer anderen Psyche erlebt haben? Wie soll denn das gehen? Ihr zwei seid auf eine Art verbunden, die ich nicht ganz verstehe. Wir zwei? Ich und wer im Weg? Wer ist das? Johnny Silverhand. Ein Terrorist. Zu meiner Zeit in aller Munde. Zu seiner Zeit. Aber jetzt gerade ist das nicht das Wichtigste. Er sieht gar nicht so alt aus. Ja, vielleicht, oder? Was ist wichtiger als der Terrorist in meinem Kopf? Der Biochip ist wie eine Zeitbombe. Und sie tickt. Oh, fuck my life. Du hast nicht mehr lange zu leben. Maximal ein paar Wochen. Silberhands Konstrukt überschreibt dein Bewusstsein. Übernimmt nach und nach deinen Körper. Bis du irgendwann verschwindest. Dann sind wir Silverhand? Wie? Es ist wichtig, dass du das verstehst. Ja, guck mal, ob er uns helfen kann. Du kriegst mich wieder hin, oder? Vic? Ich wünschte, ich könnte. Aber das... Überstattet meine Fähigkeiten bei weitem. Du bist der Beste der Besten, Vic. Warum kannst du mir nicht helfen? Willst du die lange oder die kurze Fassung? Mit dem Stethoskop, ja. Ja, komm, wir müssen das schon verstehen, oder? Lass nichts aus, wie kein einziges Detail. Okay, auf dem Chip war... Ist ein Konstrukt. Eine Psyche. Wie von Johnny Silverhand. Du hast ihn in deinen Chipslot getan. Nichts passiert, richtig? Bis du tot warst. Eine Kugel in den Kopf. Von Dexter Deschamps. Aber wie soll man's von sowas zurück ins Leben schaffen? Kleines Kaliber. Du hattest Glück. Dank einer weiteren. Von vielen Fehlentscheidungen von Mr. Deschamps. Die Nanobots des Chips begannen, den Schaden zu reparieren. Dann nahmen sie dich bei der Hand und lockten dich weg. Weg vom Licht. Ach, wo du denen gefolgt bist, quasi. Lol. Weg vom Licht. Menschen stehen nicht von den Toten auf. Als sei nichts passiert. Früher nicht. Heute tun sie das, wenn sie geheime Konzerntech tragen, die dazu programmiert ist, sie wiederzubeleben. Was ist mit mir? Meine Psyche. Ich komme zurück aus dem Jenseits. Und dann soll ich so tun, als ob diese Veränderungen normal sind? Frag die Techniker von Arasaka. Aber deine Psyche wird ausgelöscht werden. Unter Schmerzen. What the fuck? Aus der Sicht des Biochips sind deine Gehirnzellen ein Tumor, der rausgeschnitten werden muss. Und dein Körper eine leere Hülle für das Konstrukt. Also will dieser scheiß Terrorist mich ausradieren und meinen Körper für sich haben? Nicht bewusst. Das passiert automatisch und ist unvermeidbar. Keiner von euch kann es aufhalten. Das hätte ich mich auch gefragt hier. Und wenn wir den Chip rausnehmen? Oder der aktiviert? Der Rektor, das ist die Antwort. 100 pro. Das ist außer Frage. Du würdest sterben. Und zwar sofort. Das war auf jeden Fall vorhersehbar, finde ich. Hä? Der Splitter aus der Fernsehwerbung. Scheiße. Ich erinnere mich an diesen Färbespot. Wie ging der dumme Slogan noch? Irgendwas mit Seele. Sicherer deine Seele. Genau. Damit soll man mit Konstrukten kommunizieren können. Ja, aber das hier scheint ein Prototyp zu sein. Irgendwie hat er es aus dem Arasaka-Labor geschafft. Irgendwie. Weg. Du hast mich schon so oft gerettet. Wenn du nichts für mich tun kannst, dann... Was für Flucht soll ich da machen? Aber irgendwer will ja diesen Chip haben. Sag's mir. Bitte. Ja, aber... Will er uns am Leben erhalten? Nein. Weil es ist nicht klar. Ich glaube, die haben ihn einfach gesichert. Aber da wollte... Also erstmal überhaupt. Warum haben sie Johnny Silverhand gesichert? Der wollte ihn ja töten. Das finden wir hoffentlich noch raus, oder? Ja, wahrscheinlich... Vielleicht... Keine Ahnung. Wahrscheinlich vielleicht keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass sie ihn so als großen Gegenspieler Terroristen waren wollten, um ihn vielleicht irgendwie zurückzubringen und nutzen zu können, oder so. Oh. Oh, hi. Alter. Viertelstunde noch. Viertelstunde noch. Kaki. Wollte gerade gucken, wieso die... Kam noch was? Ach so, nee. Ich wollte gar nicht wegen der Spenden gucken. Ich wollte gerade sagen, das leiden wir hier so rein. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt wach bin. Ich meine... Wir sind völlig durchgeknallt. Ich könnte schon tot sein, oder? Darauf solltest du dich nicht fixieren, wie. Verdräng es. Hier. Ich hab etwas Medizin für dich. Omega Blocker. Wenn du sie regelmäßig nimmst, schreitet der Verfall weniger schnell voran. Sie sollte auch deinen Untermieter etwas ruhig stellen. Sie ist auf jeden Fall mehr Cyber als Punk. Das Pseudo-Endo-Trizin ist von mir. Ich finde, sie ist mehr Punk als Cyber. Das ist wahrscheinlich der Prozess. Setz den Dämon also praktisch frei. Kann man ruhig mal fragen. Der wird sterben wie. Du wirst dein eigenes Ich dahin schmerzen sehen. Irgendwann erkennst du dich selbst nicht mehr. Es wird mir ernsthaft. Es wird mir ernsthaft. Schmerzhaft. Aber das muss es nicht sein. Wozu brauche ich Pillen, verdammt? Warum blass ich mir nicht gleich das Gehirn mit einer Knarre raus? Weil du dein Zweiseelen töten würdest. Willst du das? Ich muss mich hinlegen. Habt ihr die Fingernägel ausgewählt, ja? Mhm. Wie findest du die? Hier. Ich hab noch was für dich. Punky. Das hat Wick aus deinem Schädel gezogen. Öh. Ein Glücksbringer? Versprich mir, dass du ein bisschen schläfst. Aus dem Schädel? Die Kugel war da drin. Ah, I see. War auch reserviert. Du bist so lieb. Übrigens, Jackie. Hm. Ist das hier flirty gemeint? Nee, ach so Jackie. Ach, ich dachte, ja, sorry. Ja, komm, wir erzählen von dir. Ja, ja, ja. Kein Bock jetzt hier mit... Die ist ein bisschen... Used. Misty, warte. Ähm, weißt du... Jackie? Ja? Er hat viel von dir gesprochen. Das dritte. Ja, vielleicht einfach nur das. Es tut mir so verdammt leid, dass Jackie tot ist. Jackie war was Besonderes. Spirituell erfüllt. Er hat viele mit seiner Liebe berührt. Keine Sorge. Er wird immer bei uns sein. Du kommst sicher, klar. Das werde ich. Das Leben ist wunderschön mächtig. So viel mächtiger als der Tod. So viel mächtiger als der Tod. Aber jetzt brauchst du etwas Ruhe. Also schlaf. Bitte. Schlaf. Mein Nippel. Schlaf, bitte schlaf. Schlaf. Laufen. Letzter Blick auf den Nippel, bevor wir schlafen gehen. Der Rollstuhl ist auch richtig wack. Dafür, dass wir in der Cyberpunk-Welt leben. Das ist cool, dass Schweden da E-Rolli sein. Aber wir sind ja in den Slums. Die ganz schön dicke Kugel. Der hat sich uns echt auch von direkt vor der Nase ins Hirn gepumpt. Ganz schön gemein. Wir müssen unseren Müll verkaufen. Wir kriegen ständig Nachricht, dass wir jetzt vollgeladen sind. Ja, das ist nervig. Aber es geht darum, die Sachen einzusammeln oder nicht. Oh. Ich muss hier raus, verstanden. Und ich töte jeden, der mich aufhalten will. Dich eingeschlossen. Okay, der ist doch ein bisschen greedy. Gar nicht ausschließlich nur ein Bro. Ich hätte ihn nicht gedacht, dass er so eine krasse, präsente Rolle kriegt. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Dann dachte er, er wäre irgendwie Untergrundboss und wir gehören zu ihm. Aber that's it. Ja. Dass er hier so allgegenwärtig ist. Ich rauche nicht, Bruder. Ich habe keine. Dann geh und kauf Wäldchen. Ich brauche nur eine. Eine letzte. Was? Aha. Immer die letzte. Was für ein ranziges Joy-Toy habe ich denn da gefickt? Boah, verpiss dich endlich. Pseudo-Rockstar, du. Pseudo-Rockstar. So nämlich. Er spielt jetzt auf jeden Fall einen Arsch oder so. Oh, Digga. Wow, warte. Hey. Für wen arbeitest du? Mach's Maul auf. Das haben wir selbst. Fuck. Wir waren er und ich und alles. Fuck. Dreckiger Ship. Ich glaube, dass... Ich reiß ihn selbst raus. Nein, warte. Oh, ist Buggy? Hätte man was anderes sehen sollen? Ehrlich? Oh, nee. Ich kann mir... Normal sieht man, dass du Kontrolle übern hast. Oh. Lol. Ich werde die Kontrolle haben. Ich finde einen Weg. Wie sieht man das? An den Händen, oder was? Habe ich da hingekotzt? Oder er reißt es. Richtig ist das. Er macht die Leichtbewegung. Ach so. Hoffen immer wiedersehen, Arschloch. Aber nicht so. Steck dir eine Knarre ins Maul und drück ab. Na los. Immer diese Backweifen. Unsere Wange ist schon ganz wund. Ich bin wie Schimmel. Rost. Zerfresse dich. Kann nichts dagegen tun. Hörst du mich? Ach, ich würde kotzen, wenn ich's könnte. Es ist nur eine Kopie des Engrams. Ich bin irgendwo da draußen. Ganz sicher. Scheiße, verdammte. Ach so, ich krieg zu dem Kreeg. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Na los. Verpiss dich einfach. Kugel in den Kopf. Geht keinen anderen Weg. Hörst du du Arschloch? Schieß dir ins Hirn, verdammt. Und? Klappt's? Oh, verdammt. Oh je. Hm. Alter, was das wohl mit deinem Hirn macht, ey. Okay. Fakt 2. Hm. Okay. Oh, oh, oh. Junge, Junge. Da ist unsere Kotze. Also sprechermäßig haben sie wirklich da die Creme de la Creme sich geschnappt, ne? Ja. Noch mehr Zeugs mit dem... Ich weiß gar nicht, sind in dem englischsprachigen Bereich das auch dann die original... die Schauspieler, die das sprechen? Nee, oder? Aber ich kann Ruiz ja auf jeden Fall. Den Rest würde ich nicht sagen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, ne? Ich glaube, ich habe vier Müll einfach jetzt gerade bei mir. Verlasse das Appartement, nimm die Munition, öffne dein Invertar und zieh dir etwas an, checke deine E-Mails. Boah. Das ist auch sehr passend. Wir haben nämlich noch fünf Minuten. Das heißt, wir können uns jetzt fertig machen quasi. Und dann geht's los. Fürs Aufbrechen das nächste Mal. Ich habe hier nirgends sowas, ne? Ja, ja. Machen wir auch. Und dann sind wir quasi ready. Loy sagt nochmal, speichern wäre vielleicht nicht verkehrt. Oh, ey, ey, ey. Warte, darf man das? Ich weiß nicht genau. Ja, kurz die andere Shotgun zeigen. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir haben ja sogar extra die Stream-Version spielen wir ja. Also angeblich, angeblich ist es kein Problem. Ich habe jetzt mehrfach das gesehen und gelesen und die Diskussionen dazu und angeblich ist es kein Problem, wenn es nicht quasi im Mittelpunkt des Ganzen steht und so. Also tatsächlich ist bei allen und auch den größten Twitch-Streamern der Lörr ist mal drin gewesen. Okay, dann ziehe ich ganz schnell eine Hose an. Ja. Erstmal irgendeine. Oh. Das ist, glaube ich, ein Bug gerade. Hi, Ken. Mal wieder. Das können wir aber jetzt zeigen. Das ist jetzt gefahrlos. Ich weiß nicht, ob wir schon wieder drauf sind. Ja, die müssen halt aufpassen, dass einem wahrscheinlich, weil sonst der Lörr ist immer aus der Hose rausglitschen würde. Das ist gerade passiert, als ich mir eine Hose angezogen habe. Ja. Vielleicht sind wir ganz gut in Schuss, ne? Jetzt hat er sie. So. Das sind alles bessere Hosen hier. Elf. Kann ich mal sortieren nach... Elf Panzerung durch so eine komische Baggy-Hose? Was ist denn? Ist das viel? 13 oder 11 Panzerung? Dicker. I don't know why. Na gut. Vielleicht heißt die Hose Cockblocker. Die Sortierung ist ja einfach dumm. Kann ich nicht automatisch nach dem Stärksten? Er hatte nur noch Schuhe an. Öh. Schön Skianzug. Skifahren. Ja. Voll, nee. Nein. Das sehe ich nicht. Spezial. Bandagen. Was haben wir denn hier so? 18. 29. Der Bart. Dagegen ist Magnum immer frisch rasiert. Ja, Magnum wäre auf jeden Fall sehr stolz auf uns. Gönn dir das mal. Was auch immer das ist. So, was haben wir denn hier? 21. Boah. 32. Kugelsicher. Ja, aber das ist auch, also ganz ehrlich... So laufe ich halt rum. Kann man das denn nicht da drunter ziehen irgendwie? Das an und da drunter die Jacke, da drüber die Jacke? Geht das nicht? So, verliere ich jetzt wieder meine Haare, wenn ich eine Mütze aufziehe? Ist das rechts das, was zu diesem Schuheanzug ist oder was? Zu dem Skianzug? Ist das schwächer? Skimaske. So, aus diesem Scheiß-Taucher, Mann. Dieser ist doch funky. Schon episch. Ja, hier. Kleid und was? Assets. So. Die stärkste Knifte nehmen wir mal. So. Wie ihr direkt die Pose einnimmt. In bester James-Bond-Manier. Wieso ist hier alles schwächer? Weiß eigentlich jemand was zu dem neuen James-Bond? Da kam doch letztens eine News irgendwie, dass da jetzt was passieren soll, oder? In Sachen Release, das weiß ich nicht. Kommt ja nicht auch nur... Genau, ich meine, der käme digital, aber wie und wo weiß ich gerade nicht. Weil das ist schon auch verrückt. Kann auch sein, dass der auch nochmal verschoben wurde. Oh, es wurde doch jetzt eine ganze Rutsche an Filme angekündigt, die nur digital erscheinen. Also nicht im Kino, sogar Dune und sowas. Matrix 4, alles Mögliche. Alter, es ist so krass, der Untergang des Kinos. Ja, die Kinos, ich schwör's euch, die werden so derbe... Die werden richtig wegsterben. Die werden richtig wegsterben. Die werden wegsterben. Die coolen Ketten, äh, die großen Ketten, die coolen Indies, alle, alle gehen sie drauf. Scheiße, Mann. Okay. Okay, äh, hast du Munition auch schon genommen? Munition? Wo ist die denn? Weiß ich nicht, aber steht in der Munition optional und das ist nicht abgedingst. Deswegen bin ich immer von ausgegangen, dass du noch keine hast. Das Ding sieht aus wie Munition. Wir kriegen die ganze Zeit Warnung, wir sind zu voll. Ja, irgendwie können wir nochmal vielleicht auch das noch kurz ablegen, bevor wir überhenden, oder? Ja, aber ich würd's verkaufen wollen. Ist ja nur Müll. Ja, aber du legst doch erstmal in die Box und dann holst du den mal wieder. Ja, aber dann kannst du ja nicht verkaufen. Ja, aber erstmal weg und dann verkaufst du irgendwann anders. Nee, ich verkauf das direkt gleich. Ja, aber wir gehen jetzt ja nicht mehr. Ja, aber wir gehen ja raus und da ist dann direkt alle Händler. Aber hier kannst du doch speichern jetzt. Kannst du unten dann auch speichern beim Händler? Ich könnte wahrscheinlich draußen auch. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich hier rausgehe. Deswegen, ich würde dieses Apartment jetzt nicht mehr verlassen, ehrlich gesagt. Nee, wir speichern jetzt. So. Meine Güte, also storymäßig ist das ein ganz schönes Brett. Alter, für Walter. Also sind echt noch, huuuh, sorry. Echt noch hier und da schon ein paar Bugs auch in der PC-Version. Ja, 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 unbedingt. Sind die schon noch irgendwie da. Ja, ja, ja. Das ist weit entfernt von gepolished, dieses Spiel. Das ist so. Das ist weit, weit, weit entfernt. Und ich glaube auch grafisch geht das. Ich meine, das ist jetzt leck. Die Textur laden manchmal langsam nach, aber ansonsten ist es sehr schön. Es ist sehr schön, aber ich glaube auch grafisch, es geht noch mehr, wollte ich sagen. Ich glaube, das hat noch mehr Potenzial. Vermute ich zumindest, dass da noch ein bisschen was geupdatet werden kann. Wir spielen aber auf relativ hohe Einstellungen. Ja, auf Ultra. Bei so einer Weltgröße, schwer zu sagen, ey. Also wäre das jetzt so ein schlauchiger Shooter, da kannst du dann noch gut was machen, aber... Leute, ihr habt gerade erst das Tutorial geschafft. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, ja, aber das Schöne ist, wenn wir lange brauchen, um... Ja, alle schreiben das, alle, ihr habt noch nichts gesehen. Ihr seid noch so jung und haben erfahren. Deshalb, ja. Vielleicht kann man dazu mal ganz kurz schon mal dann auch erzählen an der Stelle. Wir werden jetzt demnächst noch viel Cyberpunk bringen. Wir haben es jetzt diese Woche nochmal. Wir haben es in der nächsten nochmal. Und wenn wir weiter Bock haben und Spaß dran haben und das Spiel uns weiter kickt, dann werden wir auch irgendwie zwischen den Jahren und in der Zeit, wo wir eigentlich hier Pause da haben quasi, sonst Nerdstar-mäßig. Wir haben ja immer ein bisschen Betriebsferien zwischen den Jahren und Anfang Januar. Und dann werden wir beiden aber uns einfach mal so ein bisschen noch hier hinsetzen und einfach mal schön gemütlich einen wegzocken, oder? Genau, das müssen wir mal besprechen. Vielleicht ist das ein ganz gutes Thema für das Community-Update am Freitag. Denn wir haben nämlich überlegt, was machen wir, Dirk und ich, zwischen den Jahren, wenn wir uns hier für die traute Zweisamkeit treffen. Dann, ob wir immer wieder einen Ausritt machen mit Plötze. Könnten wir auch, ne? Spielen wir The Witcher weiter. Wir haben die drei DLCs noch nicht angerührt. Wir haben mit dem einen DLC angefangen. Ja, aber nur mal so ein paar erste G-Versuche. Oder Cyberpunk. Oder suchen wir uns was ganz anderes aus. Da würde ich ganz gerne die Diskussion in den Discord legen und auf kommenden Freitag ins Community-Update. Also ich fühle euch da herzlich eingeladen. Ausflugzeichen Discord. Mit auf den Server zu kommen und mit uns zu schnacken. Außerdem würde ich ganz gerne jetzt nochmal Danke sagen. Vielleicht können wir nochmal einen letzten Refresh machen. Ich mach nochmal einen Refresh. Wir sammeln nämlich diese Woche für den guten Swag. Vielleicht gibt es nochmal einen Refill auch für mich hier. Für gleich drei Institutionen. Und so wie es da eben aussah, habt ihr schon fleißig, fleißig extrem reingebuttert für den guten Swag. 430 Euro. 430 Euro am ersten Tag. Das ist einfach insane. Wir unterstützen drei Projekte. Santana, Tier, also zweimal Tiere, wenn man genau ist. Santana macht da Menschen und Tiere. Menschen und Tiere. Wir suchen Freunde, die Tiere glücklich machen wollen, steht da. Genau. Dann den Heldenverein LNV. Da geht es um Mobbing. Gute Freunde von uns. Gegen Cybermobbing und Rassismus machen jetzt aber auch ganz, ganz viel Aufarbeitung für Leute, die in schwierigen Situationen jetzt gerade Corona-bedingt sind. Also Jugendliche. Und wir unterstützen die Stiftung Naturschutz. Der Otter braucht deinen Schotter. So ist es. Das ist meine favorisierte Dings. 430 Euro ist schon mal was. Finde ich nämlich auch. Ist mega gut. Finde ich nämlich auch. Und das können wir, aber das machen wir die ganze Woche noch. Da können wir mal ein bisschen was zusammenkriegen. Keine Ahnung, was das am Ende wird, wenn das so in dem Tempo weitergeht. Also wenn wir am Ende 1000 Euro da haben, wäre es schon ziemlich krass. Ja, das wäre mega gut. Das wäre schon ziemlich episch. Gucken wir mal. Jetzt machen wir erstmal Schicht im Schacht, oder? So sieht es aus. Gute Nacht. Passt auf euch auf, Freunde. Vergesst nicht, Weihnachten ist bald. Also schnell nochmal Gutschein irgendwo bestellen. Ja, es bastelt besser was dieses Jahr. Morgen ist letzter Tag zum Einkaufen in der Stadt. Ja, morgen ist der letzte Tag zum Einkaufen in der Stadt. Online bestellen. Ja, meinst du, das läuft noch? Es bricht alles zusammen jetzt, Marcel. Quatsch. Es bricht alles zusammen. Ich habe noch kein Geschenk. Ja, das wird alles zusammenbrechen. Es kommt nichts mehr an. Wenn du jetzt bestellst, kommt nichts mehr an. Vor Weihnachten kommt nichts mehr an. Alles im Arsch. Es bricht alles zusammen. Digga. Ja, ist vorbei. Nein. Doch, bricht jetzt zusammen. Keine Chance. Jetzt? Die kompletten Innenstädte sind zu, ab morgen. Weißt du, wie voll das ist normalerweise an einem Samstag vor Weihnachten? Da sind safe in ganz Deutschland bestimmt vier, fünf, zehn Millionen Leute, die noch nichts haben. Die bestellen alle jetzt diesmal stattdessen online. Das wird aber auch sein. Die schaffen das nicht. Keine Chance. I'm telling you. Oh je. Es geht richtig kaputt. Aber ich habe noch nichts. Ja, aber du hast einen Stift und ein Blatt Papier. Und dann schreibst du schön, hallo Mama, das ist für dich, dein Marcel. Hier, das bist du, ich habe dich gemalt. Und das ist die Sonne. Und das sind die Blumen. Alle deine Blumen. Nein, 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 nein. Ohne Scheiß, es klappt alles. Die haben jetzt schon mega Probleme. Ich schwöre euch, es ist so krass vorbei. Freunde, bald ist Weihnachten. So schlimm ist es nicht. Bestellt jetzt oder morgen, ich schwöre es euch, ab Mittwoch, wenn ihr alles, was ihr nach Mittwoch bestellt, wird richtig, richtig eng. Fuck. In diesem Sinne, wünsche ich euch noch einen schönen und entspannten Abend. Macht's euch nett. Tschüss, ne? Aber außer, warte ganz kurz. Es gibt ja so Supermärkte, die haben auch, da kriegt man auch alles, so bei Real oder so. Da kaufen alle jetzt irgendwie so Puppen. Was für Puppen? Als Geschenke oder so Weihnachtsgeschenke. Puppen oder so Shorts im Dreierpacken. Sehr genau, so Unterhemden im Fünfer-Set. So, in diesem Sinne. Macht's gut. Schönen Abend bis morgen. 16 Uhr, ihr wisst Bescheid. Tschüssi. Ja, Mist.